herzlich willkommen zu unserer heutigen veranstaltung what's next wie geht es weiter mit der umsetzung des erfolgreichen volks entscheides deutsche wohnen und co enteignen beziehungsweise vergesellschaften aber der name wir hier auf der weste zu stehen zu lesen ist und der ja auch erfolgreich war parallel zu den 21er abgeordnetenhauswahlen lautet ja nun mal enteignen über die feinen unterschiede zwischen dem enteignungs und den vergesellschaftungsbegriff werden wir uns vielleicht auch heute ein wenig auslassen mein name ist sebastian schlüsselburg ich bin der direkt gewählte abgeordnete aus berlin lichtenberg 4 dreimal direkt gewählt in das berliner abgeordnetenhaus aus lichtenberg bin in der fraktion zuständig für rechts und verfassungspolitik haushalt und beteiligungscontrolling der landesunternehmen so viel dazu mir und meiner person ich freue mich dass wir hervorragende referenten gewonnen haben die sich nicht nur und in jedem punkt vielleicht samt und sonders bei jedem punkt inhaltlich beipflichten werden und das gleiche erzählen werden sondern wo vielleicht auch ein bisschen spannung auf auftreten wird nämlich zum allen im justus henske von der initiative deutsche wohn und co enteignen herzlich willkommen schön dass du da bist und schwer zu erkennen auch an den berühmten lila westen die ja wirklich auch ein markenzeichen geworden sind und zu meiner linken las rauchfuß seines zeichens abgeordneten kollege aus der spd fraktion auch direkt gewählt in seine verdammt blöde wiederholungswahl also er war eigentlich direkt gewählt und dann kamen so ein paar protestwähler und haben ihm das direktmandat weggenommen es ist egal du bist trotzdem abgeordneter geblieben für tempelhof schöneberg und bis dort auch kreisvorsitzender der spd herzlich willkommen lieber las schön dass du hier bist es ist sozusagen ein rückbesuch denn las hatte schon in seinem wahlkreis eine veranstaltung gemacht auch zusammen mit der initiative und da war ich auch eingeladen und deswegen habe ich gesagt die nächste runde machen wir dann bei uns vor allen dingen dann wenn es auch wieder neues miteinander zu reden gibt sie werden sicherlich eine person vermissen und es tut mir gleich aus zwei gründen total leid aber wir können es tatsächlich leider nicht ändern professor dr isabel feichtner die mitglied der expertinnen kommission des rot rot grünen senats zur frage der rechtlichen voraussetzungen und auch der umsetzungsmöglichkeiten des erfolgreichen volksentscheides war hat sich leider gestern krankheitsbedingt entschuldigen müssen das ist in den tagen leider so das ist schade aber ich sag mal so aufgehoben ist nicht aufgeschoben wir werden sicherlich bis zu den nächsten abgeordnetenhaus wahlen und einem möglichen neuen volksentscheidstermin noch die ein oder andere runde zu dem thema drehen und dann werden wir auf jeden fall auch versuchen sie noch mal einzuladen ich habe natürlich in der kürze der zeit jetzt keine vertretung aus der expertinnen kommission akquirieren können aber ich werde dann einfach damit wir alle auf dem gleichen stand sind die kernergebnisse des kommissionsbericht und der kommissionsarbeit hier vorstellen wie gesagt bin ja selber auch verfassungsjurist und stehe dann natürlich auch für fragen die es dann zudem teil geben sollte und wir alle auch gerne zur verfügung genau wir zeichnen die veranstaltung auf weil wir natürlich auch möchten dass die leute davon was haben die heute keine zeit hatten her zu kommen ich freue mich aber dass sie und ihr hier seid und hoffe dass wir einen erkenntnisreichen abend haben zu dem bei dem wir vor allem was mitnehmen und vor allen dingen auch dann wissen wie der aktuelle auseinandersetzungsstand ist so für getränke ist gesorgt die stehen hier oben auf unserer theke einmal die alkoholfreien versionen scheut euch auch nicht einfach in den kühlschrank zu greifen da haben wir ein bisschen berliner pilsener kalt gestellt die brauerei ist hier schräg gegenüber leider nicht mehr ganz in meinem wahlkreis aber fast ich vereinnahme sie trotzdem es ist auch die union ausgabe des berliner pilseners also insofern einfach zugreifen je nachdem wonach euch beliebt ein paar knabbersachen sind auch da könnt ihr auch gerne zunehmen das mikrofon ist hier vorne das dürfte dann irgendwie nicht wirklich nicht wirklich bei den bei den tonen aufzeichnungen stören so jetzt ist der vorrede genug ich werde jetzt einfach nur kurz etwas damit wir alle auf dem aktuellen stand sind zu den ergebnissen des kommissionsberichtes sagen und dann haben wir uns gedacht dass justus den aktuellen stand und die auch die aktuelle einschätzung zur umsetzung des volksentscheides dann aus sicht der initiative hier präsentieren wird las wird dann was dazu sagen wie der neue senat der ja nicht mehr unter unserer regierungsbeteiligung arbeitet nämlich der cdu spd senat der gerade mit dem thema umgeht und dann wollen wir auch wirklich ratzfatz hier in anführungszeichen ein offenes mikro machen und euch die gelegenheit geben dass ihr fragen stellt wenn ihr fragen haben solltet oder dass ihr natürlich eure meinung sagt und wir einfach miteinander ins gespräch kommen super dann verfahren wir so also ich versuche es einigermaßen zu kurz zu machen allein die executive summary wie es so schön heißt hat drei seiten aber die wichtigsten punkte wollen wir mal vorausstellen als der volksentscheid schon in der sammlungsphase war und als klar war dass es dann auch zum volksentscheid parallel zu den abgeordnetenhauswahl kommen wird ging die rechtliche und politische diskussion natürlich schon komplett los es gab eine ganze reihe von gutachten und gegengutachten zu der frage hat das land berlin denn überhaupt die kompetenz ein solches vergesellschaftungsgesetz nach artikel 15 grundgesetz für die vergesellschaftung von wohnungsbeständen von juristischen personen die um die oder mehr als 3000 wohneinheiten bewirtschaften also kann berlin das machen die diskussion hatte deswegen eine besondere aufheizung eine besondere hitze weil berlin ja mit einer wie ich immer sage strategischen gesetzgebung in notwehr vor dem bundesverfassungsgericht unterlegen ist ihr wisst alle was ich meine es war das berliner mieten wog oder kurz mietendeckel gesetzt das rot rot grün in der ersten wahlperiode beschlossen hat vor dem hintergrund der völlig zahnlosen mietpreisbremse auf bundesebene und einem völlig außer rand und bann geratenen einer mietenspirale die wirklich nur noch nach oben ging und einer einer lehrstandsquote von stadtweit unter ein prozent und in einzelnen kiezen nur noch in homöopathischen dosen messbaren leer stand also so dass sich da auch gar nichts bewegt hat auf dem wohnungsmarkt und das in anführungszeichen obwohl wir erhebliche baugenehmigung und vor allen dingen baufertigstellungszahlen in unserer regierungszeit hatten wir sind hier in lichtenberg also lichtenberg gehört mit zu den top bezirken wo wir jährlich immer um die 3000 baufertigstellung hatten fast alle davon im öffentlichen bereich hier vor allen dingen von der hovo g und auch da mindestens die hälfte der wohnungen mietpreisgebunden dann später sogar noch mehr ein größerer anteil zwei drittel mietpreisgebundene wohnungen trotzdem hat das sozusagen nicht gereicht um die die nachfrage die wir an der stelle hatten auch nur ansatzweise befriedigen zu können deswegen also damals diese notwehrgesetzgebung in anführungszeichen und es war eine harte knallharte machtpolitische auseinandersetzung und zu dem thema wie es zu diesem urteil des zweiten senats beim bundesverfassungsgericht gekommen ist könnte man eine eigene veranstaltung machen da könnte ich auch einiges aus dem nähkästchen plaudern ich will nur so viel sagen der vom ehemaligen cdu-bundestagsabgeordneten geführte zweite senat hat dann die gesetzgebungskompetenz des landes berlin verneint um ein missverständnis gleich vorzubeugen karlsruhe hat nicht gesagt dass ein solches gesetz samt und sonders verfassungswidrig sei oder mit dem grundgesetz nicht vereinbar sei sondern es hat nur gesagt dass ein bundesland dafür nicht die kompetenz hat bedeutet also der ball liegt auf bundesebene und der bund müsste so wie es früher üblich war ich erinnere nur an das bundesmietengesetz oder auch vorher an das reichsmietengesetz er müsste von dieser regelung gebrauch machen das war also natürlich eine sache die die diskussion damals schon sehr sehr stark geprägt hat und weswegen natürlich sehr sehr viele leute insbesondere von den lobbyverbänden sofort ihre leute in stellung gebracht haben gesagt haben ah ja jetzt ist dieser rote socken rot rotgrüne sockensenat irgendwie schon einmal auf die fresse geflogen in karlsruhe jetzt kommen die gleich wieder mit dem nächsten experiment artikel 15 grundgesetz der ist ja noch nie angewandt worden und jetzt glauben die die können ja irgendwie die nächste geschichte machen also natürlich und von der initiative ja also der volksentscheid hat ja den senat aufgefordert ein gesetzentwurf vorzulegen und dann im abgeordnetenhaus beschließen zu lassen und dann gab es also gutachten und gegengutachten und da ist wirklich alles alles angegriffen worden was man angreifen konnte erstes argument das land hat die gesetzgebungskompetenz nicht zweite zweite stoßrichtung naja wenn das land die gesetzgebungskompetenz hat dann gibt es aber ein problem weil in der landesverfassung steht ja nichts von vergesellschaftung und im grundgesetz schon das kann aber nicht sein das muss gleich gleichlautend sein ich formuliere das jetzt mal ein bisschen einfacher und lasse die juristischen fachbegriffe weg deswegen hätte das wäre das wäre das nur möglich wenn es eine verfassungsänderung in berlin geben würde klammer auf dafür braucht man eine zweidrittelmehrheit und die kriegst du im moment nicht ohne die cdu also hat die baulobby dann versucht dieses dieses argument oder dieses falsch argument in die in die welt zu setzen das nächste argument war dann das ist alles mit den europäischen grundfreiheiten also dem europäischen primärrecht nicht zu vereinbaren ja der kapitalverkehrsfreiheit der dienstleistungs und auch der europäischen berufsfreiheit das ginge alles gar nicht und das nächste argument war dann das geht ja auch gar nicht mit der menschenrechtskonvention überein also da haben wir auch einen schutz des der eigentumsgarantie und also auch vor dem hintergrund sozusagen der 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 entsprechenden menschenrechtscharta funktioniert das auch nicht ich habe dann nur noch gewartet ob als nächstes auch der intergalaktische gerichtshof sozusagen ja irgendwie noch als argument ins feld geführt wird das wurde dann nicht gemacht dann gab es die nächsten punkte wo gesagt wurde naja okay könnt ihr vielleicht machen aber wenn ihr das macht dann müsst ihr zwingend wie bei den enteignungen nach artikel 14 grundgesetz nach dem verkehrswert entschädigen wenn ihr den leuten ihr rechtmäßiges eigentum in anführungszeichen rechtmäßiges eigentum wegnehmt mit anderen worten das ist aber ganz schön teuer das kann sich dieses überschuldete berlin doch überhaupt gar nicht leisten und dann wurde noch die scheißhaus parole hinzugeworfen irgendwie ja durch eine vergesellschaftung oder enteignung einer wohnung entsteht ja keine neue wohnung also ihr macht ja hier löst ja gar nicht das wohnungsproblem ihr ändert ja nur die eigentumsverhältnisse das ist doch alles völlig völlig bescheuert und ihr streut doch den leuten hier nur sand ins auge so das war also ein weiterer punkt den kommission zu klären hatte kann unterhalb des verkehrswerts und im verkehrswert wissen wir alle steckt ein erheblicher schuss marktspekulationen drin kann da unterhalb des marktwertes entschädigt werden oder nicht ein weiteres argument war natürlich das gleich der gleichbehandlungsgrundsatz der ja im grundgesetz in artikel 3 verbrieft ist so nach dem motto ja das kann noch nicht sein dass da irgend so eine dahergelaufenen lila westen irgendwie kommen hier so eine jungen radikalinskis die noch nie richtig gearbeitet haben ja die hier irgendwelche komischen vergesellschaftungsträume haben das kann ja wohl nicht sein dass die hier einfach sich in irgendeinem hinterzimmer beim fünften wein und zehnten bier irgendwie sagen ja pi mal daumen hier 3000 wohneinheiten die krallen wir uns und die die drunter sind die krallen wir uns nicht das geht ja alles mit der gleich bei mit dem gleichbehandlungsgrundsatz nicht das war das nächste argument was in die waagschale geworfen wurde und dann gab es noch das argument ja also wenn ihr jetzt aber hier schon so eine juristischen personen mit 3000 wohneinheiten oder mehr in den blick nimmt ja dann müsst ihr aber auch an eure geliebten genossenschaften ran weil also das geht ja jetzt nicht also da muss man ja da ist ja kein wesentlicher unterschied ob man jetzt hier irgendwie so eine deutsche wohnen oder vonovia klitsche ist oder ob man eine genossenschaft ist also so das war dann der nächste punkt wo dann auch versucht wurde einen keil sozusagen reinzutreiben taktisch sag ich mal in die mieterinnen und mieter auf dem sogenannten ich hasse das wort ja freien wohnungsmarkt also auf dem kapitalistischen unregulierten wohnungsmarkt und den leuten die das glück haben zum beispiel in lichtenberg haben wir ja 25 prozent des wohnungsbestandes in genossenschaftlicher hand die das glück haben in der genossenschaft zu wohnen und da halt eben genossen sind also den laden sozusagen mit besitzen und auf der anderen seite halt eben einen anderen einen anderen zweck haben nämlich nicht den der erhöhung der dividende der anteilseigner sondern eben dass sie da einen guten qualitativen wohnraum haben zu bezahlbaren preisen das ist ja das ziel fast aller wohnungsbaugenossenschaften die ich jedenfalls kenne das waren dann so im wesentlichen die die argumente die diese kommission zu prüfen hatte ich bin offen und ehrlich und sage es gab am anfang auch zwischen uns linken oder auch der alten koalition und der initiative diskussionen ob denn dieser weg eine solche kommission einzuschalten nicht einfach nur ein ablenkungsmanöver ist da ist uns vorgeworfen worden so naja komm ihr habt jetzt da eine neue regierende bürgermeisterin mit franziska giffey da weiß doch jeder dass die sozusagen eher so vom konservativen flügel der sozialdemokraten kommt und auf so eine komischen sozialistischen experimente hier gar keinen bock hat und die suche ihr sucht doch nur einen eleganten weg um einerseits euren arsch in die koalition zu bringen zu den sozialdemokraten und gleichzeitig aber irgendwie nicht in ein problem reinzukommen jetzt hier gegen die sozialdemokraten die umsetzung dieses volksentscheides irgendwie zu fordern weil ihr doch wisst dass die doch eh so einem gesetz nie zustimmen würden so und dann wurde gesagt naja diese kommission ist doch so ein ihr kauft euch zeit ist so ein verschiebebahnhof und so weiter tatsächlich ich war sehr sehr eng damit befasst auch sozusagen diese kommission zu besetzen und zu gucken wer da reinkommt tatsächlich war uns wichtig dass wir bei aller unserer auch rechtlichen überzeugung dass das funktioniert und dass berlin die kompetenz hat das zu machen war uns wichtig für den öffentlichen diskurs ein wirklich gewichtiges und möglichst bis rein in konservative bürgerlich kreise ziemlich schwer anfechtbaren juristischen befund zu bekommen der sagt berlin kann es machen und der uns sogar auch noch ein paar hinweise gibt darauf wie ein solches gesetz aussehen könnte zwar klar dass diese kommission keinen fertigen gesetzentwurf schreiben wird das war nicht ihre aufgabe aber uns als linken war wichtig nicht nur das ob und für das ob sozusagen die 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 entsprechenden befunde und untersuchungen zu machen und das ergebnis zu liefern sondern auch schon im hinblick auf entschädigungsfragen im hinblick auf vergesellschaftungsreife im hinblick auf eine anstalt des öffentlichen rechts irgendwie signale zu geben wie kriegen wir das wie könnte wie können wir das hinkriegen und deswegen haben wir uns bemüht es wirklich sehr sehr hochkarätig zu besetzen und es ist uns auch tatsächlich gelungen wir haben tatsächlich alleine es waren sehr viele rechtswissenschaftler innen in dieser kommission vertreten aber wir haben wirklich absolute bundesweite schwergewichte der rechtswissenschaft bekommen können ich will nur zwei leute besonders hervorheben weil das auch besonders lustig ist die kommen auch aus meiner alten fakultät einmal professor doktor christian waldhoff von der humboldt universität und der eine ist sozusagen der shooting star der sozialliberalen rechtswissenschafts seite sage ich mal der andere christian waldhoff ist so der shooting star der konservativen und cdu nahen rechtswissenschaftler die haben beide jeweils für sich eine sehr sehr hohe reputation sie haben exzellente noten und auch exzellente professuren deren wort sozusagen gilt einiges und das war ganz lustig dass wir es geschafft haben die tatsächlich beide in diese kommission zu bekommen vor allen dingen weil christian waldhoff auch einer derjenigen war der im vorfeld schon gutachten erstattet hat im auftrag der konservativen und auch der immobilienlobby um irgendwie in die faz hinein und in diese ganzen bürgerlichen medien hinein irgendwie schon sozusagen so die abwehr argumente irgendwie zu bringen und selbst er hat zum beispiel in dem kommissionsbericht er gehört am ende zu drei leuten die gesagt haben also drei kommissionsmitglieder haben gesagt berlin hat zwar die kompetenz und könnte das sozusagen grundsätzlich machen aber es gibt dieses problem mit der landesverfassung das vertritt er immer noch und dann haben sie noch sozusagen ein zwei andere punkte wo sie sagen naja das mit dem entschädigen unterhalb des verkehrswerts geht zwar auch aber nicht so niedrig wie sich das die kommissionsmehrheit vorstellt so deswegen hat dieser kommissionsbericht auch so für so ein großes aufsehen gesorgt weil er eben tatsächlich nicht einfach mit einer feder wegzuwischen ist nach dem motto naja dieser rot rot grüne senat der hat sich da sozusagen so ein paar links radikale juristen und noch irgendwie die initiative durfte er auch benennen dann von der initiative benannte leute die sowieso dafür sind irgendwie geholt und dann irgendwie noch so ein paar leute die so ein bisschen immobilien sozusagen immobilienstrukturen und 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 finanzierungsexpertise haben da waren auch vertreter in der kommission und dann schreiben die sich da schon irgendwas zurecht so das sind jetzt mal so ein bisschen ich habe das versucht möglichst möglichst nicht juristisch die wesentlichen knackpunkte zu bringen die ergebnisse der kommission das heißt wir haben im moment folgende situation das ergebnis der kommission liegt da berlin hat die gesetzgebungskompetenz das zu machen berlin hat die möglichkeit unterhalb des verkehrswertes zu entschädigen und kann auch sozusagen natürlich refinanzieren weil das nur als kleines argument las und ich wir sitzen ja auch bei dem hauptausschuss also in dem ausschuss der für die einnahmen und die ausgaben des landes zur verfügung steht wir machen auch die immobiliengeschäfte in diesem ausschuss beziehungsweise genehmigen sie und eine sache ist eine binsenweisheit wenn die öffentliche hand also entweder das land selber oder eine gesellschaft die uns gehört oder eine anstalt des öffentlichen rechts die uns gehört wenn die ein grundstück kauft und sei es auch im ersten zugriff kreditfinanziert dann bekommt sie dafür einen gegenwert und zwar den unmittelbaren gegenwert des grund bodens plus der ganzen zubehör geschichten und so weiter das kann man finanzieren mit sogenannten transaktionskrediten das ist im übrigen auch außerhalb der schuldenbremse möglich so was machen wir regelmäßig nur nicht möglicherweise in dem großen umfang das wollte ich nur noch mal erwähnt haben weil das tatsächlich auch noch ein wichtiger punkt ist über den wir über den wir möglicherweise reden oder argumenten der gegenargumente die ihr möglicherweise hört von leuten die sagen berlin können das nicht machen und wenn berlin es macht fliegt es in karlsruhe wieder auf die fresse so also der kommissionsbericht liegt auf dem tisch der senat hat dann das wird las sagen können der neue senat hat sich dann darauf verständigt ein rahmengesetz zu erlassen erlassen zu wollen erarbeiten zu wollen hat aber auch ehrlich gesagt wir machen so ein rahmengesetz aber eine konkrete vergesellschaftung machen wir von keiner einzigen von keiner einzigen wohnung ja ja ruhig 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 der las wird schon ganz ungeduldig und daraufhin hat die initiative das haben wir in der zeitung lesen können gesagt nee also jetzt ist es uns zu bunt jetzt wir waren schon ungeduldig beim r2g senat jetzt ist die cdu an der regierungsbeteiligung jetzt wollen die so ein rahmengesetz machen das brauchst du doch eigentlich gar nicht aber wenn es jetzt irgendwie keinen echten keinen echten gesetzentwurf gibt dann machen wir folgendes dann schreiben wir einfach ich drücke das jetzt mal auch wieder ein bisschen locker aus jetzt schreiben wir einfach selber ein dann werden wir einfach noch mal die nötigen unterschriften sammeln und dann legen wir euch beim nächsten mal einen gesetzentwurf der wenn er dann wieder die mehrheit der berlinerinnen und berliner kommt bzw der abstimmungsberechtigten bekommt der dann sofort im gesetz und verordnungsblatt veröffentlicht wird und sofort zuschnappt so das ist der aktuelle stand ich habe jetzt genug gesabbelt habe so ein bisschen den part von isabel feichtner übernommen aber das sozusagen sehr unjuristisch gemacht sie hätte das sicherlich mit viel mehr fachvorkabular gemacht aber das soll uns ja nicht hindern und jetzt justus würde ich dir gerne das mikrofon geben damit du uns mal abholst was gerade sozusagen euer aktueller stand in der initiative ist und vor allen dingen was ihr vorhabt ja hi danke nochmal für die einladung ich bin justus ich bin in der initiative aktuell in der öffentlichkeitsarbeit und im koordinierungskreis und einer der aktuellen pressesprecher innen und genau wird jetzt mal ein bisschen probieren da losgehen wo sie besser gerade aufgehört hat ein bisschen unsere situation zu schildern genau wie es schon angedeutet wurde die expertinnen und kommission hat den bericht vorgelegt und was uns wirklich nicht nur uns persönlich aber im allgemeinen natürlich freut ist dass sie uns in sehr 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 vielen punkten recht gibt also was gerade das noch mal sehr genau aufgezählt und in einigen punkten haben wir uns auch wirklich besonders gefreut also gerade in dieser genossenschaftsfrage zum beispiel das ist einfach klipp und klar als da drin steht das eine ist wirklich der unlautesten argument und auch der frechesten frechsten argument die damals kam also einfach genossenschaften aufzuhetzen aktiv aus der immobilienwirtschaft oder auch von den genossenschaftsvorständen mit wirklich hanebüchenen argumenten das ist wirklich auch sehr schön dass es jetzt einfach vom tisch ist und dass wir uns wieder um die wichtigen sachen kümmern können wir bleiben weiter dabei auch wenn wir jetzt mit mit diesem bericht sehr gut arbeiten können und wenn dass wir uns freuen dass noch mal dass wir in so vielen punkten bestätigt wurden in den bereichen was wir die wir immer schon auch nach vorne gestellt haben bleiben wir dabei es hätte diese kommission nicht gebraucht das ist sehr gut dass wir jetzt noch mal die fachexpertise von außen in einem konzentrierten prozess auch noch mal mit diesem produkt am ende da liegen haben aber gleichermaßen hätte man sich sehr gut andere mechanismen vorstellen können wie ein ganz klassischer ganz normaler parlamentarischer prozess wie bei jedem anderen komplexen gesetz in ein bisschen längeren verfahren diese expertise auch mit einbezieht das ist aber geschichte wir hatten diese kommission wir haben uns ja dann auch daran beteiligt und es war trotzdem ein erfolg und da glaube ich muss man aber noch einen punkt hinzusetzen hinzu sagen dass diese kommission auch ein so ein produktiver erfolg ist mit dem man es weiter arbeiten kann und auch so konkret die wichtigen fragen noch mal angegriffen hat anwendungsbereich verhältnismäßigkeitsprüfung kann man das in berlin machen diese ganzen sachen ist auch nicht von alleine gekommen also der senat und vor allem die bauverwaltung noch unter dem alten in dem alten senat aber auch andere akteure haben wirklich viel dafür getan diese kommission möglichst hinter verschlossene türen zu packen dass man den möglichst schlecht begleiten kann dass man möglichst schlecht die mieterinnen und mieter informieren kann und man muss man muss es eigentlich so klar sagen nur durch die sehr gewissenhafte arbeit von einer ganzen reihe von kommissionsmitgliedern von kommissionsmitgliedern die wir entsandt haben die die linken entsandt haben die andere auch parteien der kommission entsandt haben kam jetzt dieses gute ergebnis also dieses einfach fachlich gute ergebnis zustande und auch natürlich durch unsere arbeit zu probieren an ganz vielen stellen die arbeit die darin passiert wieder in die öffentlichkeit zu zehren um sie überhaupt diskutierbar zu machen dass sie ja da nicht versenkt wird und somit wurde diese kommission ein erfolg und ich würde gerne noch einen kleinen punkt ergänzen der glaube ich auch für die weitere für die weiteren überlegungen sehr sehr spannend ist aus dem kommissionsbericht nämlich zwei punkte noch nämlich einmal die entschädigungshöhe das hattest du gerade schon alles angedeutet dass die kommission uns darin recht gibt dass man nicht den spekulationswert nicht den marktwert entschädigen muss sondern dass man verschiedenste abschläge machen kann und das schöne ist dass die kommission da zum einen unser modell geprüft hat also einmal das faire mieten modell und mit einer mehrheit gesagt hat das geht das kann man sich noch mal genauer angucken das für das würde funktionieren genauso aber weitere ideen vorgeschlagen hat und das glaube ich jetzt natürlich auch für die weiterarbeit sehr sehr spannend aber was hat für uns alle als mieterinnen und mieter das toll und das wichtige ist damit haben wir jetzt noch mal bestätigt dass wir ein instrument in der hand haben danach wirklich mietdämpfende folgeentwicklungen damit erreichen zu können weil wenn wir nämlich nicht wie immer wieder von verschiedensten akteuren gesagt wurde wir irgendwie 30 milliarden in den rachen werfen müssen und damit die tausende von gewinnen die 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 letzten 15 jahren ohne irgendwelche investitionen in diese wohnung gemacht haben wenn wir die nicht ausbezahlen müssen dann haben wir das mittel in der hand um diese mietpreisspirale in dieser stadt mit diesem instrument zu bremsen und das zweite im rahmen der sogenannten verhältnismäßigkeitsprüfung und im rahmen einer anderen kleinen teilprüfung haben hat die kommission so ein bisschen geprüft was eigentlich alternative mittel sein könnten um das ziel zu erreichen und diesen ganzen prüfungsprozess kam danach die kommission mit einer deutlichen mehrheit zu dem punkt für das ziel was wir haben mit der vergesellschaftung nämlich diese anhaltende mietpreistynamik die ja nicht aufgehört hat in den letzten jahren um die zu stoppen um die zu unterbrechen ob wir alles um zwei euro absenken können ist eine andere frage aber um die zu kappen und um die belastungen nicht weiter steigen zu lassen dafür ist die vergesellschaftung das beste mittel und da hilft kein neubau und da hilft noch keine anderen regulatorischen eingriffe für eine für das ziel in dieser dimension jetzt auch bestätigt von 13 13 juristinnen und juristen und anderen wissenschaftler innen ist das das beste mitte für berlin und deswegen gehen wir jetzt sehr stark mit auch dieser formulierung nach draußen zu sagen es ist nicht nur machbar es ist nicht nur finanzierbar es ist vor allem das beste mitte für berlin um diese mietpreis dynamik zu bremsen was ist dann passiert die blockadehaltung des senats dessen unseres neuen schwarz roten senats treibt ganz neue blüten wir haben sie weiterhin wie wir sie auch schon davor teilweise hatten was zu mehreren punkten führt nämlich einmal zu so einer form von einer neuen qualität von verweigerung den wähler in will endlich umzusetzen also dass wir noch erleben als initiative und als mieterin in dieser stadt das hat quasi die die schärfe der formulierung diesen demokratischen entscheid zu ignorieren noch zunehmen kann nach den letzten jahren wo immer wieder irgendwelche scheiden argumente von wie du schon meintest es wird keine neue wohnung gebaut etc. ins feld geführt wird daran haben wir nicht mehr geglaubt das ist passiert der finanzsenator von der cdu hat sich wirklich hingestellt vor einigen wochen und meinte dieses rahmengesetz was wir machen wollen das regelt überhaupt nichts das ist zitat tagesspiegel aus dem tagesspiegel ein ganz klassischer formel kompromiss mit der spd da wird niemals irgendwas angewandt da wird niemand etwas vergesellschaftet mit uns mit der cdu und mit mir als finanzsenator wird artikel 15 das grund grundgesetzes unsere juristische grundlage dieser vergesellschaftung nicht angewendet und das ist also in der klarheit erstmal erfrischend irgendwie auch weil es doch eine veränderung ist zum bla bla von giffey und co und trotzdem ist es also dramatisch in einer situation wo wo wir mieterinnen und mieter in dieser stadt immer mehr erleiden müssen und immer stärker diese mietpreis dynamik abgeht das mit so einer klarheit den wähler in will von über einer million abstimmenden ignoriert genauso der bau senate kommt immer wieder mit den gleichen argumenten wie dass es immer noch um neubau gehen muss und wir sind aber keine neubau kampagne natürlich braucht es neubau die frage ist von wem von den landeseigenen von den genossenschaften klimagerecht und günstig das ist klar aber er macht einfach weiter und auch teile der immobilienwirtschaft wie die wie machen kern die vorsitzende vom sogenannten bbu dem wohnungsbau verband in dem sogar auch landeseigene drin sind aber auch deutsche wohnen und so ignoriert einfach was in dieser kommission passiert ist und bringt die gleichen argumente immer wieder und einzelne zeitungen greifen das mit freude auf einfach wieder die gleichen argumente der verfassungsmäßigkeit der verhältnismäßigkeitsprüfung etc. einfach wieder reinzubringen und was wir merken als initiative als mieterinitiative in dieser stadt ist dass es zu einem verstärkten vertrauensverlust auf allen ebenen führt einmal in den bereichen die ganz konkret unsere initiative betreffen also wenn wir in unseren projekten und mit unseren projekten in den siedlungen sind wie zum beispiel in pankow wo wir gerade sehr viel daran arbeiten mieterInnen zu unterstützen sich gegen auslaufende sozialbindungen zu wehren oder wenn wir in tempo schöneberg sind wo in deutsche wohnsiedlungen wirklich kraut und rüben nebenkostenabwechslungen irgendwie ausgesandt werden wenn wir in der weißen siedlung sind in neukölln wo wirklich die klassischsten schlimmsten mängel von aufzug passiert einfach fährt aufzug funktioniert für mehrere wochen nicht dann merkt man eine noch stärkere resignation als die die wir schon kannten in diesen siedlungen also zu der normalen resignation von wir erreicht man erreicht niemanden man ist eine nummer hier passiert überhaupt nichts aber pünktlich alle zwei jahre kommt dann wieder die die mieterhöhung auf einmal kennen sie uns doch wieder oder die klassische resignation von jahrelang hört man rühren hier alle keinen finger und im treppen was verfällt alles und dann kommt irgendwann nicht die instandhaltung sondern die energetische modernisierung weil damit können sie uns das auf die miete umlegen noch dazu kommt jetzt die verstärkung der situation dass wir mit den mieterInnen sprechen oder wir selber mit unseren nachbarInnen sprechen hinzu kommt es ändert sich ja sowieso nichts es ändert sich überhaupt nichts auf allen ebenen auch bei anderen auch in anderen auseinandersetzungen beim vorkaufsrecht in neukölln wenn in diesen hippen bezirken immer mehr altgestammte mieterInnen rausgeworfen werden weil das vorkaufsrecht gekippt wurde ähm und jetzt einfach kein schutz mehr vor eigenbedarfskündigungen nach einem kauf von einzelpersonen also ist auch die gucken natürlich darauf was passiert mit diesem volksentscheid und resignieren vor allem und was macht der senat ähm er er setzt ein rahmengesetz auf er gibt uns jetzt die nächste bunte blüte irgendeiner verschleppungstaktik ähm und möchte ein rahmengesetz vermachen was quasi juristisch also ein rahmengesetz ähm das ist so ein bisschen das vorhaben äh dieser der aktuellen koalition nochmal einen weiteren zwischenschritt einzuziehen und irgendeinen undefinierten rahmen ähm zu ziehen und ein gesetz zu schreiben ähm in dem qualitative kriterien für wohnen aber auch auf einmal für wasser und für energie gefasst werden nach denen diese 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 bereiche irgendwie äh vergesellschaftet werden könnten und das lustige dann noch obendrauf ist dass der senat angekündigt hat mit kai wegner an der spitze äh gegen gegen dieses gesetz selbst zu klagen also ein senat der sein eigenes gesetz sagt sagt das machen wir jetzt irgendwie mal aber wir vertrauen ihm überhaupt gar nicht oder machen das nur so als schein oder pro forma verklagen das selber und das ist nicht nur politisch irgendwie strange sondern das ist einfach auch juristisch einfach irrwitzig weil sie müssten halt öh sie können ja nicht gegen ihr eigenes gesetz klagen dafür haben sie gar nicht dass das die befugnis vom bundesverfassungsgericht oder vom landsverfassungsgericht sie müssten also irgendjemanden finden wie herr professor röder aus der kommission das letztes immer sehr schnell hergelötert hat sie müssten jemanden finden der dagegen klagt und das naheliegendste könnte ja sein dass die cdu bundestagsfraktion dagegen klagt und das wäre wirklich politisch eine sehr irrwitzige situation wenn ein der ein senat in berlin der nach bestem wissen und gewissen mit steuergärten umgehen muss und gesetze schreiben sollte die irgendwas konkretes machen dann ähm in einem kuhhandel ihre eigene bundestagsfraktion dazu bringt dagegen zu klagen einfach nur um weiter zu verzögern was passiert aber seitdem ganz konkret für uns alle ähm im mietenbereich man muss es eigentlich sehr klar sagen es wird alles immer schlimmer ähm das wohnungsbaubündnis was als alternative zur vergesellschaftung gestartet ist ist es papier nicht wert auf dem es geschrieben ist ähm adler ist ausgestiegen als einer der großen konzerne die anderen konzerne halten sich nicht dran covivio ist nicht direkt mit drin aber ist einfach so ist uns komplett egal was da passiert wir schicken einfach 15 prozent mieterhöhungen raus ähm es gibt weder eine ordentliche kontrolle noch irgendwelche sanktionsmöglichkeiten was damit passieren könnte die wohnungsbauzahlen rauschen in den boden und wenn dann gebaut wird wird einfach eh nur blödsinn gebaut ähm währenddessen müssen wir nicht nur die immer weiter steigenden mieten ähm tragen die in den letzten zwei jahren noch mal äh so noch krasser gestiegen sind als in den letzten elf jahren also wir haben 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 ja seit von 2011 bis 2021 in berlin bei den angebotsmieten eine steigerung um 100 prozent im mittel und seit 2021 seit auch den verschiedenen entwicklungen mit corona und dem ukrainekrieg und äh der folgenden inflation ist diese kurve noch mal steiler geworden und wir haben jetzt einfach äh teilweise steigende angebotsmieten die dreistellig und mehr werden also in dem vergleich zu 2011 währenddessen sind die wohnungskonzerne die wir anvisieren ähm in eine krise geraten und zwar in eine eklatante mit der zinswende hat sich gezeigt dass das geschäftsmodell von bonovia achelios heimstaden ähm deutsche wohnen einfach einfach in sich zusammengepurzelt ist das problem ist nur dass hemer an dieser an dieser an dieser stelle unangebracht ist weil man könnte sich also wir könnten uns ja freuen zu sagen so fantastisch jetzt endlich was wir immer gesagt haben diese konzerne gehen nicht ordentlich um mit der stadt und den wohnungen jetzt haben sie quasi die jetzt haben sie die quittung und verlieren massiv an wert an der börse wirklich massiv bonovia ist noch ein viertel das wert was es was was es vor drei jahren wert war an der börse das problem ist wenn der spekulative teil vom geschäftsmodell zusammen purzelt das heißt bonovia kauft wohnungen bonovia weniger die haben andere andere strategien achelios oder heimstaden kaufen wohnungen nur in der hoffnung zwei jahre später die noch teurer verkaufen zu können und dann haben sie einen richtig schönen buchgewinn in den in ihren büchern wenn das weg bricht muss um ihre ausschüttungserwartungen an ihre eigentümer und an ihre aktionäre bedienen zu können muss das geld irgendwo anders her kommen das heißt der nicht spekulative teil ihres geschäftsmodells die mieteinnahmen da wird jetzt die daumenschreiber noch mehr angelegt und das merken wir alltäglich in dieser stadt Adler hat sich währenddessen als semi kriminelle vereinigung erwiesen die außen dann wenigstens so ehrlich war und ausgetreten ist aus dem wohnungsbaubündnis aber wirklich einfach deutlich sichtbar die die unsere miete die wir diesem konzern zahlen müssen am aktienmarkt verzockt hat und jetzt möglichst schnell irgendwie diese riesigen schönen berge ja damit umgehen muss und was kommt vom senat nicht viel ein bisschen bisschen hoffen dass der bund irgendwas macht und in einigen anderen bereichen wird es eher wird werden er prozessive erungenschaft noch mal abgewickelt also sich der senat wirklich hinstellt und kai wegner sagt eigentlich oder die spd war es eigentlich reiz erlebe von der spd war es wir brauchen eigentlich jetzt eine mietendecke keine nächste koalition ohne mietendecke und ein tag später bei den landeseigenen wohnungsgesellschaften die mieten erhöht und dem unterschreibt ist einfach wahnwitzig also es ist einfach schizophren auf einer politischen ebene aber es ist ganz konkret einfach für uns mieter in die hölle und deswegen haben wir gesagt das machen wir nicht mehr mit einmal machen wir diese hinhaltetaktik nicht mehr mit sie haben zwei jahre gewartet wir hatten haben zwei jahre dem senat diese chance gegeben haben alles getan was man im politischen zirkus machen kann um diesen senat unter druck zu setzen und darauf hinzuweisen dass das dieses thema nicht hinten überfällt und es ist wenig bis gar nichts passiert und aus allen gründen nicht gerade sagte mussten mussten wir zu dem punkt kommt sagen alles muss man selber machen wir machen das jetzt auch selber weil wir sind nicht gewillt aufzugeben weil wir auch nicht aufgeben können weil wir auch diese stadt einfach verlieren würden sonst wenn wir einfach aufgeben würden und einfach dem aktuellen lauf weiter zugucken würden deswegen muss hat sowas schon gesagt nehmen wir die sache jetzt einfach selbst in die hand und wir haben schon vieles geschafft in dieser stadt von unten aus der zivilgesellschaft heraus das schaffen wir jetzt auch noch und werden so ein gesetz natürlich nicht alleine also mit sehr viel hilfe von juristinnen und juristen von ökonominnen und ökonomen von stadtforscherinnen und stadtforschern selbst schreiben wir werden einfach geschichte jetzt einfach selbst schreiben und diesen artikel 15 trotzdem anwenden und zwar das erste mal in der bundesdeutschen geschichte aber mit einem eigenen gesetz und das schöne ist dass diese verzögerungstaktik dieser expert in den kommission jetzt so ein bisschen so ein bisschen backfire ist weil wir jetzt damit eine viel bessere grundlage haben um dieses gesetz jetzt selber zu schreiben anstatt dass es in den mühen des parlaments zerrieben werden würde und deswegen gucken wir aktuell und haben das ja vor drei wochen mittlerweile verkündet und damit schließe ich relativ freudvoll in die zukunft wir kämpfen weiter wir sehen uns als unsere aufgabe an weil da kommen wir her wir kommen aus der organisierten mieter in schafft wir kommen aus den nachbarschaftsgruppen wir kommen aus den aus den gruppen die sich am kotti oder in pankow oder in charlottenburg nord oder in neukölln süd organisiert haben um sich gegen ihre vermieter zu wehren da gehen wir wieder stärker hin man kann es ein bisschen böse zuspitzen wenn man es möchte oder bisschen ja die zeit der parteitage ist für uns vorbei wir gucken jetzt nicht mehr aufs parlament wir werden jetzt nicht mehr immer wieder appellieren sondern wir werden die mieten bewegung wieder stärken indem wir uns in den häusern wieder stärker organisieren und soweit den druck aufbauen und werden parallel das gesetz schreiben und dann als mieter in organisiert den auch den und den die umsetzung zu erzwingen und deswegen womit wir immer schließen laden wir auch euch herzlich ein macht mit es gibt in jedem kiez ein einzelnes kiez team wir sind weiterhin eine sehr große initiative mit immer noch 14 kiez teams und es gibt viel zu tun ja vielen dank justus und jetzt ist las neben mir schon ganz unruhig geworden also las ich fasse mal zusammen das rahmengesetz braucht es nicht die von euch nominierte vorsitzende der expertinnen kommission und ehemalige bundesjustizministerin hertha däubler gemelin von der spd die hat ja auch selber im ausschuss und in der öffentlichkeit gesagt wenn ihr das rahmengesetz macht damit es von zum beispiel der cdu csu bundestagsfraktion nach karlsruhe gezerrt wird dann werden die euch sowieso sagen dass das verfassungskonform ist weil es gibt ja gar keine gar keine konkrete beschwer es gibt ja niemanden der davon sozusagen betroffen ist weil niemand niemand seine wohnung weg vergesellschaftet wird also warum macht ihr das dann mit diesem mit diesem rahmengesetz mit diesem verschiebe bahnhof und sozusagen wie wie sieht es denn jetzt bei euch aus auf dem parteitag habt ihr beschlossen ja wir wollen das wenn es rechtlich geht jetzt habt ihr die nachricht es geht rechtlich aber es kommt jetzt irgendwie ein rahmengesetz von dem jeder sagt man braucht es nicht also wie 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 sieht es denn wie wie sieht es denn aus ich provozier ein bisschen also ich fange mal freundlich an erstmal vielen dank für die einladung mein lieber ich habe die sondierungsgespräche rot grün rot ehrlich gesagt anders verstanden weil auch da war ein rahmengesetz letzten endes das ergebnis was man miteinander hätte verabreden wollen also ganz so einen abseitigen sitz im leben kann das glaube ich nicht haben aber vielleicht darf ich ein bisschen weiter ausholen ich bin noch nicht der sprecher des senats also keine sorge es gibt jetzt hier keine sprechblasen und die positionen die ich persönlich vertrete ist übrigens auch in der spd berlin mehrheitsfähig und insofern glaube ich wir können versuchen uns auf die gemeinsamkeiten zu konzentrieren ich bin hier mit der blechbahn angereist und dann war in berliner fenster diese meldung von ende letzter woche hovoge sagt auf 288 freie wohnungen haben sich 43.000 leute beworben also ich glaube wir brauchen uns hier nicht gegenseitig zu vergewissern was das problem ist sondern wir müssen an der lösung arbeiten und wir haben seitdem zumindest regulatorisch versucht jede lösung zu ziehen die irgendwie ging das war mietendeckel das waren andere regulatorische geschichten wir sind bisher gescheitert und deshalb glaube ich der politische auftrag seit dem volksentscheid 2021 ist doch völlig klar über eine millionen leute haben gesagt macht das mit der vergesellschaftung ihr nennt das enteignung aber es geht um vergesellschaftung und das war 59 prozent und übrigens auch in meinem wahlkreis eine mehrheit das der politische auftrag und dann kam die einrichtung der expertenkommission und ich verstehe dass man das kritisiert und ich weiß auch dass es damals die sorge gab ihr schiebt das damit alles auf die lange bank und dann ist über die vorsitzende diskutiert worden und ob wir versuchen das irgendwie zu manipulieren kann man retrospektiv alles miteinander besprechen ich glaube nur ehrlich gesagt dass dieses ergebnis der expertenkommission politisches kapital für diejenigen ist die vergesellschaften wollen und wir sollten das wörtlich nehmen wir sollten das ernst nehmen was die da aufgeschrieben haben ja weil daran kann man anknüpfen egal aus welcher politischen heimat man kommt und was vielleicht der landesverband darüber denkt aber die haben im grunde die blaupause geliefert die haben gesagt erstens anders als beim mietendeckel das land berlin hat nach grundgesetz die gesetzgebungskompetenz wir dürfen das machen also wir werden nicht wieder so eine bauchlandung machen über mietendeckel wichtige erste information zweite information ein gesetz zur vergesellschaftung auch durch das land berlin steht im einklang mit artikel 15 grundgesetz das ist ja jetzt nicht nichts sondern die sagen im grunde die übertragung des eigentums auf eine anstalt öffentlichen rechts ist eine form der gemeinwirtschaft die juristisch zu akzeptieren ist die man hinnehmen muss wichtige information dritter punkt das gebot der verhältnismäßigkeit steht dem nicht entgegen ich will jetzt hier du bist der bessere jurist von uns beiden weil ich bin keiner so aber zusammengefasst haben die doch gesagt es gibt kein milderes mittel also könnt ihr das verhältnismäßig machen widerspruch also ich habe das so gelesen ehrlich gesagt kommen wir später nächster punkt wissen auch alle hier in der runde die betroffenen unternehmen müssen natürlich entschädigt werden und diese diskussion läuft ja auch seit 2020 2021 um den volksentscheid immer wieder drum rum geht es jetzt um den einstelligen milliarden betrag oder geht es letzten endes in der spitze um 36 milliarden oder was der senat da seinerzeit errechnet hatte und dann haben die in dieser expertenkommissions arbeit sechs verschiedene berechnungsmethoden durchgeackert verkehrswert hypothetischer ertragswert und so weiter und so fort aber die botschaft macht doch hoffnung die sagen auch aus abstrakten fiskalischen leistbarkeitsgrenzen kannst du unterhalb des verkehrswerts bleiben es geht ja und wenn du ein landeshaushalt von 40 milliarden pro jahr hast und der senat sagt die perspektive könnten 38 milliarden sein dann würde ich sagen das ist nicht leistbar aber wenn mir expertinnen und experten aufschreiben es könnte drunter bleiben weil es eine leistbarkeitsgrenze gibt dann halte ich das erstmal für sehr hoffnungsvoll und für eine gute botschaft ehrlich gesagt weil damit kann man doch weiter arbeiten nächster punkt sebastian hat schon ganz viel dazu gesagt bis hin zum gerichtshof für menschenrechte wurde das alles abgeprüft nächste botschaft anderes recht also wie berufsfreiheit im grundgesetz oder grundfreiheiten der eu stehen dem nicht im wege also sie werden jedenfalls nicht als unzulässig verletzt wahrgenommen das ist doch eine positive botschaft dass man das machen kann ohne höherrangiges recht zu brechen wichtige information und weil es eben auch von dir schon vorgetragen wurde ausnahmen für genossenschaften und landeseigene unternehmen das steht doch explizit in diesem abschlussbericht drin ihr dürft die ausnehmen und das ist gerechtfertigt damit ist dieses pseudo argument just was du vorhin angesprochen hast ja also ihr drückt auf die tränendüse und sagt dann sind auch die genossenschaften und die landeseigenen mit in haftung das ist doch aus der welt das kann doch keiner im ernst nehmen naja sehr positiv nächster punkt gleichbehandlungsgebot was haben wir gestritten über diese 3000 wohneinheiten grenze wo immer gesagt wurde ist willkürlich dürft ihr nicht könnt ja jeden treffen abschlussbericht sagt was anderes der sagt auch bei einer grenze von 3000 wohneinheiten wird das gleichbehandlungsgebot nicht explizit verletzt nein das könnt ihr so machen und sie machen sogar noch eine hintertür auf und sagen wenn ihr das sind dann 250.000 wohnungen etwa die wir bei diesen 3000 wohneinheiten regeln einkreisen würden sie machen eine hintertür auf und sagen alternativ ließe sich sogar an der kapitalmarktorientierung anknüpfen auch das könnte ein kriterium sein welche unternehmen man heranzieht auch das für uns doch eher positiv und einen letzten punkt noch weil die treiben es ja wirklich auf die spitze ehrlich gesagt und ich weiß was ihr geschimpft habt wegen der besetzung dieser kommission aber ich finde die haben so schlecht nicht gearbeitet ein letzter punkt die sagen risiko des erfolgs von investoren klagen ist gering was wir mit diesen ganzen freihandels abkommen hier sieht da wie sie alle hießen immer befürchtet haben die privaten klagen und wir können nichts machen diese expertenkommission sagt das risiko des erfolgs von investoren klagen ist gering ich würde die beim wort nehmen ehrlich gesagt dann lass es uns machen das alles was ich jetzt hier so referiert habe ist bisher die grundlage und im koalitionsvertrag mit der cdu und vielleicht haben die ein oder anderen auch mitbekommen dass ich nicht unbedingt von anfang an anhänger dieser koalition war ich hätte auch mir vorstellen können dass wir weiter miteinander verhandeln ist jetzt anders gekommen aber im koalitionsvertrag seite 50 wenn die kommission eine empfehlung abgibt die ein verfassungs gangbaren würde ich es jetzt mal nennen also mit der verfassung vereinbaren den konformen weg aufzeigt wenn die das macht dann verabschieden wir selbst in der koalition mit der cdu ein vergesellschaftungsrahmengesetz und genau so wird es kommen genau so wird es kommen und ich habe ja das vorhin gesagt das war übrigens auch die verabredung mit zilli und euren leuten in den sondierungen also weiter wären wir da auch nicht gekommen weil übrigens alle gesagt haben der gedanke ist eigentlich richtig das rahmengesetz wird vor gericht überprüft werden da muss man sich überhaupt keine illusionen machen aber genau das ist auch der sinn und zweck dieses rahmengesetzes weil wir ehrlich gesagt mit dem mietendeckel die bruchlandung hingelegt haben und weil wir gesagt haben wir wollen jetzt einmal abstrakt die grundlage schaffen und ganz genau hören was denkt ein verfassungsgericht über diese initiative und kriegen wir das auch wenn es beklagt wird kriegen wir es durchgesetzt und deshalb ist auch die verabredung zu sagen wenn wir dieses gesetz geschaffen haben ziel ist übrigens nächstes jahr damit fertig zu sein dann in kraft treten zwei jahre nach verkündung weil wir genau diese zwei jahre lang zeit geben das vor gerichten prüfen zu lassen man kann das falsch finden oder als hinhaltetaktik aber ich glaube ähnlich wie mit der expertinnenkommission ist es eben keine hinhaltetaktik sondern wir haben daraus gelernt was früher nicht funktioniert hat und versuchen es diesmal besser zu machen und natürlich sind in so einem rahmengesetz dann auch alle bereiche in begriffen also nicht nur wohnen sondern eben wasser energie und daseinsvorsorge insgesamt und ich verstehe dass man das möglicherweise so als aspekt sieht die wollen das weg moderieren irgendwie unspezifisch machen nein darum geht es gerade nicht sondern es geht im grunde darum die grenzen von artikel 15 grundgesetz auszutesten und den verfassungsgerichtshof zu fragen gibt es eine möglichkeit dass wir allgemein und damit auch ein für allemal eine rechtsgrundlage schaffen zu vergesellschaften weil diesen artikel 15 grundgesetz hat bisher noch niemand angefasst es hat sich noch nie jemand getraut diesen artikel zu ziehen und sich dafür zwei jahre zeit zu nehmen und zu sagen wir meinen dann übrigens nicht nur wohnen wir meinen vielleicht auch wasser und energie finde ich jetzt erstmal nicht falsch das ist eine grundsatzfrage die wir damit stellen und das dann abprüfen zu lassen okay aber ich sehe natürlich auch die zweifel ich weiß ich muss zum ende kommen ich quatsch ja schon viel zu lange aber der punkt ist mir nochmal wichtig weil das ein politischer punkt ist natürlich gibt es jetzt auch wieder zweifel an der umsetzung zumal die federführung bei senfin liegt und wir haben von evas gehört ja der möchte das eigentlich nicht so gerne der wird von uns da auf koalitionslinie gezwungen stimmt aber senator gebler hat im juni übrigens auch gesagt wir werden das in dieser wahlperiode umsetzen wörtliches zitat und daran würde ich die jungs dann ehrlich gesagt auch festhalten also das ist ein politisches versprechen was wir gegeben haben und daran hat man sich zu halten und nach meiner kenntnis hat es im september eine auftaktssitzung im senat zu genau dem thema gegeben und wenn herr evers oder andere der meinung sind aus ihren eigenen ideologischen befangenheiten das nicht machen zu müssen dann würde ich sie an den koalitionsvertrag erinnern und sagen leute also wenn wir das nicht erfüllt bekommen dann gibt es für diese koalition keine grundlage mehr dann war es das das ist die verabredung und ich will noch einen letzten satz sagen ja ich merke es gibt jetzt schon diskussionsbedarf ist ja auch in ordnung können wir gerne darüber streiten aber diese auflassung zu sagen es geht nicht nur um wohnen sondern auch um andere bereiche der daseinsvorsorge die hat doch auch mit den aktuellen krisen zu tun weil wir doch merken dass alles was momentan über inflation besprochen wird in teilen auch gerade im energiebereich übrigens eine gierinflation ist wo unternehmen auch richtig profitiert haben das siehst du an jeder tankstelle und dann zu sagen okay wir machen nur die wir enteignen aber lassen die anderen fragen ausgeblendet fände ich ehrlich gesagt auch zu kurz gesprungen ich glaube wir haben gerade jetzt in der folge dieser krisen die chance als erstes bundesland übrigens artikel 15 grundgesetz mal so richtig schön richtig schön meine ich wörtlich auszulegen und darauf zu prüfen was da eigentlich geht ich würde das gerne machen dass das politische versprechen ich bin hier nicht der senatssprecher das politische versprechen der spd fraktion und in der spd berlin habe ich dafür eine mehrheit dann würde ich jetzt sagen wir diskutieren weil ich glaube da gab es schon ein paar fragen vielen dank so machen wir das und bitte wortmeldung eine habe ich schon gesehen von alex und dann bitte kurz hierher kommen oder hast an kommt zu euch und gibt euch das mikro ja vielen dank alex rossmann von der links fraktion hier in der bvv lichtenberg ich habe die frage oder ich habe eine befürchtung also gibt es die chance es klang jetzt nicht von dem was ich erzählt habe gibt es die chance dass das enteignungs rahmengesetz eher noch zur verhinderung der also der enteignung dienen kann also das zum beispiel die initiative schreibt einen tollen gesetzentwurf es wird wieder darauf darüber abgestimmt und dann haben wir vielleicht einen gesetzentwurf der dem enteignungs rahmengesetz widerspricht und dann scheitert es am ende zum beispiel daran also ist das eine realistische möglichkeit oder das heißt dann also also zwei jahre diese zeitraum es tritt erst zwei jahre später in kraft finde ich wirklich sehr sehr merkwürdig habe ich noch nie gehört aber gut da ist ja die übernächste wahl auch vorbei das wahrscheinlich das ziel kann es dann sein dass man zum beispiel sagt okay das neue gesetz kann noch nicht ins kraft treten weil das enteignungs rahmengesetz wird gerade geprüft also kann es sozusagen sein dass das enteignungs rahmengesetz wirklich noch schlimmer macht als wenn man jetzt gar nichts machen würde diese aktuelle regierung ich bin hier anwohner im wohngebiet ich fand das erstmal eine tolle veranstaltung und vor allem eure drei darstellungen mit all den nuancen die enthalten sind ich persönlich bilde mir ein dass ich eigentlich mich für politische vorgänge in berlin interessiere und vermisse eigentlich so eine art darstellung kompakt und vernünftig für die was du von eingangs sagt ist die leute haben die schnauze voll und haben völlig das vertrauen in politische prozesse verloren das halte ich für ganz wichtig verständnisvoll man geistert ja immer durch die presse mit diesen begriffen bildungsferne schichten also das ist schon furchtbar wenn sowas wenn ich sowas lese aber der einfache mieter muss begreifen worum es geht und es ist tatsächlich so ich habe heute gerade mit jemandem gespräche habt die sucht seit zwei jahren eine vernünftige wohnung und es ist exorbitant was sich da abspielt also nummer eins diese es geht vor allem an euch glaube kaum dass von den politischen parteien da was vernünftiges kommt das ist manchmal auch so verschachtelt dass es nicht begriffen wird also die initiative würde ich da adressieren und die zweite sache ist das würde mich interessieren es hat ja damals vor zwei jahren auch ein aufschlag gegeben bundesweit als eure initiative gestartet wurde wie ist die reaktion die ist die resonanz also im im bund von anderen städten beziehungsweise in anderen bundesländern hier auch in pampel ich schreibe öfter mal für info links aber bin heute nicht im auftrag der zeitung hier sondern frage als privater genosse zwar ich verstehe stimme ronal zu und was hier gefragt wurde von alexander auch unbedingt ich gehe davon aus dass wir in einer art workshop heute hier sind also so mal würde ich mal die meine auffassung von der qualität dieser veranstaltung das ist hervorragend was wir hier machen betrachten für mich ich habe aber zu beginn an jens die frage was diese bemerkung betrifft das vertrauen ist verloren gegangen das knüpft jetzt auch an ronald an in wen ist das vertrauen verloren gegangen du hast gleichzeitig fast im nächsten satz von resignation gesprochen das ist ein unterschied das ist wirklich ein unterschied und auf den möchte ich eigentlich hinweisen ohne jetzt irgendwelche schlussfolgung schon draus zu ziehen das vertrauen meiner meinung nach ist verloren gegangen zwei dinge erstens in die möglichkeit überhaupt was zu bewirken erstens und was die länge dieses prozesses betrifft natürlich in die politischen parteien und in den senat sowieso das heißt ein problem der demokratieentwicklung derzeit ist ja auch dass die leute nicht nur schlecht in die schnauze voll haben sondern von den leuten die es machen auch die schnauze voll haben langsam um das mit mal so zu sagen ich meine euch beide nicht sonst wären wir nicht hier und ich würde nie von workshop sprechen und solche kritischen frage stellen also unter freunden muss man sich die kritischsten fragen stellen dürfen die es gibt wenn man sie hat und eine frage an laas ist wird es einen nach eine auseinandersetzung zwischen diesem gesetzentwurf der kommt und dem rahmengesetz geben steuern wir auf seine art doppelherrschaft hin bin kein lenin ist der begriff sollte mal in dieser beziehung meiner meinung nach im raum der diskussion stehen auch in zeitlichen abläufen wer sagt wann was in der öffentlichkeit so ich habe meine frage direkt gestellt und gleich mal was mit zur diskussion gesagt vielleicht geben wir den herrn eine chance zu antworten war jetzt doch einiges ich fange mal an und versuche mich auf zwei sachen zu beschränken die erste frage war ist das rahmengesetz nicht eigentlich auch nur ein cleverer weg um dieses gesetz insgesamt zu killen nämlich dem verdikt der verfassungswidrigkeit anheimfallen zu lassen alex ich sag dir ganz klar ja ich halte das tatsächlich für so ein solches manöver und werde auch gleich was zu unserer verteidigung sagen warum es trotzdem nicht ganz verkehrt ist über die zumindest über die idee eines rahmengesetzes nachzudenken was wird passieren sagen wir mal 2024 habe es mir aufgeschrieben las werde dich daran messen legt dieser senat cdu und spd einem rahmgesetz dem abgeordnetenhaus vor so dann beraten wir den erste lesung ausschüsse anhörung zweite lesung und beschließen das ding mit eurer mehrheit dann soll es in kraft treten in zwei jahren habt ihr gemerkt ist ein kleiner trick 2024 plus zwei ist 2026 ah da sind ja wieder wahlen also möglicherweise ist das auch ein backfire weil das wird dann so oder so also es wird dann gleich doppelt wahlkampf thema weil erstens wird das in kraft treten eures gesetzes dann auf das wahljahr fallen und zweitens wird höchstwahrscheinlich dann auch die abstimmung über einen neuen gesetzentwurf sozusagen und eine krassere politische aufladung eines wahlkampfs kannst du eigentlich gar nicht haben also mal gucken ob das sozusagen dann auch aufgeht also ich werde dann natürlich mit meiner linken und auch mit dann der unterstützung also wir unterstützen die initiative alles dran setzen dass das dann natürlich das hauptthema im wahlkampf sein wird ich habe schon beim letzten mal also beim letzten mal nicht beim bei der hauptwahl 21 aufs wahlplakat geschrieben immobilien konzerne vergesellschaften das meine ich heute noch genauso wie damals so aber jetzt sage ich mal kurz was zu der gefahr was wird passieren das gesetz wird beschlossen dann ruft einer von den landes cdu leuten die hier mit ihrer mehrheit und ihrem ministerpräsidenten die ihrem senatschef ein landesgesetz beschlossen haben von dem sie ja selber der auffassung sind sonst beschließt man ja keine gesetze dass die verfassungsgemäß ist der ruft dann bei seinem kumpel manja jan marco lutschak der übrigens auch aus seinem bezirk kommt und immobilien anwalt ist und auch schon den mietendeckel sozusagen mit seiner klage koordinierung bei der unions bundestagsfraktion zu fall gebracht hat der ruft dann also bei seinem kumpel jan marco lutschak an und sagt jan hier beauftrage beauftrage mal professor x und kanzlei y und dann gibt es von der union cdu csu bundestagsfraktion schöne abstrakte normenkontrolle in karlsruhe gegen dieses gesetz so und wo wird dieses gesetz landen es spricht sehr viel dafür dass es ähnlich passieren wird wie mit dem mietendeckel das ist nämlich im zweiten senat und nicht im ersten senat landen wird und im zweiten senat hat herr harbert den vorsitz der verfassungsgerichtspräsident inzwischen ist und cdu politiker war bevor er verfassungsrichter wurde und der den mietendeckel in seinem senat beendet hat obwohl gleichzeitig der erste senat auch an der entscheidung gearbeitet hat und wenn uns nicht ein verfassungsprozessrechtlicher trick einfällt dann wird dieser senat entscheiden und die dogmatische qualität der urteile des zweiten senats unter herr harbert ich drücke es mal so aus haben eine geringere qualität als zu zeiten des zweiten senats wo zum beispiel noch dieter grimm in diesem senat gesessen hat um es mal vorsichtig auszudrücken mit anderen worten es besteht eine sehr reale gefahr dass mit einem dogmatisch völlig unzureichenden und nicht wirklich überzeugenden urteil dieses rahmgesetz entweder auf der ebene der formellen verfassungs mäßigkeit das kann ich mir kaum vorstellen vor dem hintergrund des kommissionsergebnisses aber vielleicht mit irgendwelchen herbeigezogenen argumenten bei der materiellen verfassungs mäßigkeit dann scheitert und dann stellt sich natürlich sofort die frage und die ganze immobilienlobby und die von ihr finanzierten parteien werden das natürlich dann sofort machen die werden dann versuchen einzugreifen und sagen naja aber dieses gesetz was ist jetzt hier die verrückten wild gewordenen links radikalen jungen leute irgendwie wofür die die gerade ihre für die ja ja für die ja ich ja ich spitze das nur zu diese diese wild gewordenen sozialismus affinen jungen leute die hier irgendwie vergesellschaften wollen die stellen ja ein gesetzentwurf jetzt sozusagen zur abstimmung der nicht nur den wesentlichen sachverhalt adressiert sondern der auch noch schärfer ist weil er schnappt ja gleich zu bei der frage der vergesellschaftung der 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 wohnungsbestände dann 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 werden die sofort ein argument aufmachen und sagen das muss ja sofort gestoppt werden weil karlsruhe hat ja jetzt entschieden also die gefahr besteht real ach ihm das problem der doppelherrschaft besteht nicht das ist bei uns gelöst das ist der lex posterior grundsatz es gilt immer das jüngere gesetz das heißt wenn der senat ein rahmengesetz auf den weg bringt das dann vielleicht ich habe ja gerade meine einschätzung gesagt oder die gefahr skizziert aber das vielleicht doch verfassungsgemäß bleibt weil es ja niemandem schadet weil ein rahmengesetz tut niemandem weh dann und es kommt dann später das gesetz erfolgreich zustande was ihr auf den weg bringt dann gilt das später beschlossene gesetz ende der durchsage also das da haben wir kein problem so und die anderen fragen waren direkt an euch in adressiert zum thema vertrauensverlust könnte ich auch jede menge sagen kneife ich mir aber jetzt an der stelle weil ich meinen gästen das wort geben will deswegen fangen wir mal bei las an der eben als zweiter dran war dafür jetzt als erster der dafür jetzt irgendwie noch mal was zu sagen zu die fragen zu den fragen die an ihn gestellt wurden und dann macht justus den abschluss ich würde gern mit einem kern argument aufräumen weil da werden wir jetzt wahrscheinlich wir beide heute haben nicht mehr zueinander kommen bevor wir sonst immer irgendwie zueinander kommen ich bitte wirklich um vertrauen dass ich hier eine ehrliche position politischer art formulieren und dass es beim gesellschaftungsrahmengesetz wirklich nicht um verhinderung geht das ist nicht unser ziel und wenn die in die parallel in volksentscheid macht und einen eigenen gesetzentwurf vorliegt bin ich nicht dagegen das können wir jetzt hier schon mal politisch festhalten ich wäre nicht dagegen so wie das dann hinterher ausgeht ob das dann wieder 60 prozent zustimmung in der stadt findet ich würde ein fragezeichen machen ich würde es mir sogar wünschen aber es geht uns mit dem vergesellschaftungsrahmengesetz nicht darum das kaputt zu machen oder zu verhindern oder auf die lange bank zu schieben es geht uns darum rechtssicher unterwegs zu sein weil wir alle miteinander erlebt haben wie wir die bauchlandung mit dem mietendeckel gemacht haben das lief einfach richtig scheiße und das sollte uns nicht nochmal passieren weil ronald hat es ja auch formuliert kommunizierbarkeit von politik doch irgendwie auch eine rolle spielt und ich verstehe die sehnsucht dass wir natürlich klare botschaften an die leute bringen sollten aber diese materie ist wahnsinnig komplex wir wären das erste bundesland ich wiederhole mich jetzt aber ich will es nochmal pointieren das artikel 15 grundgesetz zieht und da kann ich jetzt nicht hier irgendwie so ein abenteuer starten und sagen na ja wird schon gut gehen und alles gute auf den weg sondern da muss ich mir vielleicht mal zwei jahre zeit nehmen bis ein verfassungsgericht sagt geht oder geht nicht und wir haben vorhin über die wiederholungswahl und auch über meinen wahlkreis gesprochen was ich über das landesverfassungsgericht denke darf ich hier nicht sagen will ich auch gar nicht sagen aber können sich wahrscheinlich die allermeisten vorstellen nur es hilft doch nichts jetzt mit gerichtsschälte um die ecke zu kommen und zu sagen da sind die ganzen konservativen wie immer an verfassungsgerichten und die werden dann schon wieder irgendeinen grund finden warum wir das nicht dürfen ja wahrscheinlich aber darauf muss ich mich doch vorbereiten und versuchen das beste rauszuholen deshalb expertenkommission um argumentativ stand zu halten und zu sagen diesmal versaut ihr euch versaut ihr uns diese tour nicht sondern wir sind in der lage das grundgesetz so auszulegen dass es verfassungskonform funktioniert als landesgesetz für berlin und wir damit genau das was wir politisch erreichen wollen auch erreichen ich kann mich ehrlich gesagt immer nicht zurückhalten wenn ich den namen jan marco lutschak höre weil ja natürlich hat er uns den mietendeckel zerschossen aber wenn es um politische glaubwürdigkeit geht dann bitte ich einmal zu akzeptieren dass ich als kreisvorsitzender der spd tempelhof schöneberg der erste war der dafür gesorgt hat dass es in meinem bezirk mit dieser cdu keine c-gemeinschaft gibt ja wir haben eine c-gemeinschaft mit den grünen unter tolerierung der linken weil ich genau das nicht wollte und meinen politischen einfluss geltend gemacht habe zu sagen mit dem lutschak will ich hier nicht kooperieren und genau so kam es dann auch ja auch das ist eine form von politischer glaubwürdigkeit das zu tun was man vorher ankündigt ich will nur noch kurz auf achim antworten weil ich dir einfach sehr dankbar bin zu sagen das ist hervorragend was wir hier gerade tun das glaube ich ehrlich gesagt auch weil wenn ich zu solchen veranstaltungen komme habe ich natürlich immer sorge ich bin jetzt hier der böse von der spd der die senatspolitik verteidigen muss was ich aber merke ist dass wir hier alle miteinander in diesem raum den geist haben politisch voranzukommen und inhaltlich was erreichen zu wollen und wenn wir in dieser art und weise normativ politik machen dann werden wir früher oder später auch was erreichen deshalb freut mich das sehr sehr dass du das auch so positiv hier siehst und ich glaube sebastian freut sich darüber wahrscheinlich auch deshalb dürfen jetzt andere reden weil ich schon wieder viel zu viel gesammelt habe so justus gut danke danke ich glaube ich fange mal genau da an wo du aufgehört hast last ich werfe euch das nicht vor und ich werfe das dem senat nicht vor dass das rahmengesetz eine verhinderung ist weil ich weil ich euch und dem senat individuell boshaftigkeit und mutwilligkeit unterstelle es ist aber es ist keine verhindern also es dass verzögerung verhinderung etc ist um quasi unseren politischen erfolg zu sabotieren das ist eine andere debatte und da würde ich gar nicht mal so scharf reingehen aber es ist hat es ist hat eine verhinderung und verzögerung des des prozesses weil wieder zwei jahre da sein werden in denen nichts passiert und also mit zwei sachen würde ich sehr sehr gerne ausräumen nämlich einmal da das quasi wir unbedingt zur rechtssicherheit und jetzt zur weiteren ganz intensiven inhaltlichen prüfung des sachverhalts etc diese zwei jahre verzögerung brauchen bis bis jetzt irgendwie dieses rahmengesetz tritt dass das stimmt halt zum ersten nicht und zum zweiten warum kommt das jetzt warum ging das dann nicht eventuell schon los 2021 warum gab es zwei jahre kommission jetzt wieder zwei jahre was anderes und zum anderen nehmt ihr auch nicht ernst nimmt nimmt dieser senat nicht ernst was auch inhaltlich passiert was was vorhin wir beide auch gesagt haben dass selbst dass das prozedere des eigenen klagens fragwürdig ist dass der das überhaupt die rechtmäßigkeit der das kannst du besser formulieren wie professor röde das in der anhörung genau formuliert hatte ob überhaupt der senat wenn wenn er ein gesetz auf mittlerer auf mittlerer höhe also nicht wie ein eigener konkret und nicht es ist ein grundgesetz wenn wenn er dazwischen irgendwas einzieht gibt es dann überhaupt einen geschädigten darf ich das überhaupt irgendjemandem vorlegen mit dem gericht wenn man das nicht ernst nimmt dass diese dass diese bedenken gibt dann 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 gehe ich auch nicht mit bei dem argument zu sagen dass wir jetzt das unbedingt machen müssen dass wir nicht wieder auf die fresse fliegen und zuletzt muss man sagen all das was wir jetzt vorliegen haben diese arbeit die wurde gemacht und die haben wir gemacht die gar diese arbeit ist gemacht und die arbeit hätten wir viel früher machen können die hätten wir viel früher machen können wenn die sind wenn die wenn die wenn die wenn der senat nicht erst die konkrete arbeit aus der initiative auch im wahlgriff abgeblockt hätte und dann in den zwei jahren kommission all die punkte die wir jetzt in der kommission hatten die wurde von den sehr klugen leuten bei uns in unserem umfeld und darüber hinaus gemacht so dass wir mit dem oder was geprüft wurde ist bei uns entstanden diese ganzen juristischen grundsatz fragen die grundsatzdebatte ist dadurch gekommen also es ist nicht so dass wir jetzt sachen entdecken die wir jetzt nochmal ganz frisch prüfen müssen das stimmt einfach nicht und was wir wenn wir als berlinerin und berliner eins gerade nicht haben dann ist es zeit und ich sage nicht dass ihr quasi unser politisches projekt verzögert das ist mir ein bisschen egal es macht mir nicht so unfassbar viel spaß jetzt jeden dritten abend nicht in der kneipe zu sitzen sondern mieter in mit zu organisieren mich selbst zu organisieren ich kann mir auch andere sachen andere sachen vorstellen aber wenn wir eins nicht haben dann ist es zeit und es verzögert nicht unser politisches projekt weil ich unbedingt gewinnen möchte sondern es verzögert die umsetzung und die hätte eigentlich wirklich im winter 21 losgehen müssen und die müsste wenn dann jetzt losgehen und nicht erst dann wieder in drei jahren also man könnte die ganzen fragen ansetzen selbst wenn ihr das machen würde und ich würde sagen dieses rahmengesetz ist unter r2g blödsinn gewesen und das ist auch unter der groko blödsinn und wenn ihr das überhaupt machen wollt so wieso geht es dann nicht auch jetzt los mit dem umsetzungsgesetz und wieso geht es dann nicht auch jetzt direkt damit los und warum ist da wasser und energie mit drin weil ich will nicht sagen dass wir nicht bei wasser und energie auch ein berechtigtes interesse haben dass wir da eventuell private raushalten aber wir haben einen ganz anderen wissensstand und ich sage ich sage das nicht weil ich so gerne recht habe oder weil ich so gerne sagen möchte ach guck mal wir haben wir sagen es euch jetzt und am ende haben wir wieder recht so aber erneut haben wir erneut haben wir bedenken in der initiative und das war bei ganz vielen anderen fragen auch der fall dass man das mit rein nimmt wenn man keine fünf jahre debatte darum halt schon hat wir haben fünf jahre debatte um wohnraum und vergesellschaftung wir haben keine fünf jahre debatte um wasser und energie und es sind grundlegend andere sektoren allein die ganze ganze arbeit von buchweise haben wir das alles ausgearbeitet in den letzten fünf jahren jetzt wasser und energie mit rein zu nehmen ist keine unbedingte verzögerung aber ist einfach auch quatsch an der stelle und wenn das ist der zweite punkt tut mir leid wenn ich ich glaube dir persönlich das auf jeden fall schon dass du dazu dein wort ist aber wenn die spd spitze eins glaube ich nicht konnte in den letzten jahren dann war es kämpfen und zwar kämpfen um ihre basisbeschlüsse sondern die hatten eigenleben und deswegen glaube ich quasi dem was im koalitionsvertrag steht oder wir als mieterin glauben dem halt keine sekunde und deswegen möchte ich zu diesem gabengesetz sorry das war wirklich sehr lange schließen dass das im endeffekt auch wenn es wie sebastian meinte jetzt nicht unsere sache verzögert weil genau das ist das frühere gesetz schlägt dann also das spätere gesetz steht dann einfach das davor aber was ich wirklich dramatisch finde ist das ist das ist das ist die bürgerinnen und bürger täuscht es klingt so und es tut so als ob es irgendwas macht aber de facto macht es nicht und das besser ist verbessert die alltägliche materielle situation der mieter in dieser stadt nicht und das ist eine form von verwirrung eine das ist eine form von politischer verwirrung die wir nicht mehr mitmachen und das war auch ein punkt weswegen wir gesagt haben jetzt machen wir es selber weil dann können wir nämlich unser eigenes gesetz daneben legen und dann haben die berliner innen selbst die entscheidung was quasi was quasi die probleme dieser stadt löst weil dann liegen sie nebeneinander das eine das nichts regeln das eine was ganz konkret ein genau etwas macht ja jetzt hast du jetzt hast du las noch mal herausgefordert der zu einem punkt was sagen wollte und ich werde dann noch mal bei dem punkt rahmgesetz ganz mies nachhaken lieber las sehr gerne freue ich mich jetzt schon drauf ich würde einfach für einen punkt um verständnis werben also wir beide koalieren nicht mehr miteinander obwohl wir das gerne gemacht hätten trotzdem müssen wir hier progressiv politisch auf den punkt kommen und es dreht sich doch immer um die gleiche frage gibt es diesen vertrauens verlust dass die spd möglicherweise dann im operativen doing nicht wort hält dass man versucht das irgendwie weg zu moderieren und so weiter ich kann ja hier erstmal nur meine positionierung und mein politisches versprechen vortragen aber ich will ein stück weit daran erinnern dass wir diese diskussion in zwei jahren seit dem volksentscheid immer wieder miteinander geführt haben das war bei der expertenkommission so na ihr macht das ja nur um es weg zu moderieren das ist keine zwei jahre her und inzwischen haben wir ein statement einer expertenkommission die sagt es geht naja ich glaube das war schon verhandlungsprozess ehrlich gesagt ich habe auch däubler gemelina jetzt ehrlich gesagt nicht als so furchtbar sperrig wahrgenommen sie ja die hat schon versucht das zu einem ergebnis zu bringen und ich verstehe also nur um das einmal auf den punkt zu bringen ich verstehe diesen punkt zu wenig zu spät und so geht uns alles nicht schnell genug ja verstehe ich aber wer hätte denn nach dem volksentscheid 2021 gedacht dass ich jetzt in koalitionsverhandlungen mit karl wegner unterwegs war um der cdu ein vergesellschaftungsrahmengesetz abzuverhandeln das hätte doch seinerzeit keiner ernst genommen aber vielleicht zeigt es ein stück weit dass wir es politisch doch ernst meinen und sogar mit solchen partnern die das eigentlich ums verrecken nicht wollen so deutlich kann man noch sein trotzdem bei dieser linie bleiben weil wir politisch diesen erfolg haben wollen weil wir wissen dass uns keine anderen mittel zum schutz der menschen in berlin mehr übrig bleiben so also deshalb bitte ich einfach so ein bisschen um vertrauen wir machen das hier nicht um politische nebelkerzen zu werfen sondern weil wir davon wirklich überzeugt sind so wir kommen noch mal zum rahmengesetz eine problematik die objektiv da sein wird wenn ein rahmengesetz gemacht wird und also ich will noch mal sagen r2g rahmengesetz gab es nicht es gab tatsächlich in den sondierungsgesprächen eine verständigung dass ein rahmengesetz ein erster schritt sein sollte aber für uns war auch klar diese wahlperiode wenn sie mit uns in der regierungsbeteiligung weitergegangen wäre die hätte nicht enden können mit einem nur für sich dastehenden rahmengesetz sondern wir hätten selbstverständlich im prozess und das muss man eben auch machen wenn man in sondierungsgesprächen ist dass es dann auch zu einem zu einem scharfen gesetz kommt das wäre ein harter feit gewesen weil die spd hätte sich oder die landesspitze der spd hätte sich mit sicherheit auf den standpunkt gestellt nie mehr als ein rahmengesetz war nicht vereinbart aber der punkt ist das habe ich gelernt in koalitionen wie in oppositionen die zeit die emigrante zeit in der man sondierungsgespräche und koalitionsverhandlungen führt und entscheidungen trifft die ist extrem eng und die entscheidungen die man trifft fußen immer nur auf dem erkenntnisstand den man zu dem zeitpunkt hat und auf diesem auf diesem darauf sind auch die vereinbarung beschränkt und entscheidend ist aber auch und das haben wir glaube ich alle unter anderem in der corona krise gemerkt dass eine politische formation handlungsfähig ist auch wenn sie zu den in den wochen in denen sie koalitionsverhandlungen geführt hat zu bestimmten problemen gar keine aussage getroffen hat weil sie sie auch gar nicht wissen konnte und wir erleben gerade wie sich der mietenmarkt zuspitzt und wie sich sozusagen die nutzung von grund und boden das ein knappes gutes zuspitzt und wenn wir jetzt irgendwie gucken wie wir 2026 dastehen werden dann prophezeie ich euch jetzt 2016 also wird dann zehn jahre her sein 2016 war eine mietenwahl das war das entscheidende thema bei den abgeordneten hauswahlen da steht es auch noch mal drauf bezahlbares wohnstatt 100 auch eine konkrete wahlaussage mit der hier gewählt wurde und 2026 werden wir über eine ganz andere dynamik und über eine ganz andere knappheit und über eine ganz andere wohnungsnot reden als noch 2016 und deswegen bin ich der festen überzeugung gewesen dass wenn wir die koalition hätten fortsetzen können und uns franziska giffey nicht den stuhl vor die tür gesetzt hätte dann wären wir sozusagen dabei nicht stehen geblieben das sozusagen haben wir gelernt aus der zeit wo wir einfach nur koalitionsverträge mit der spd abgearbeitet haben und gesagt haben auch das stimmt nicht ganz aber gesagt haben so das war es jetzt im wesentlichen nein nein also so ein koalitionsvertrag ist wenn überhaupt das absolute minimum von dem was man umsetzt aber nicht das maximum weil wenn eine koalition auf neue entwicklung nicht reagieren kann dann hat es auch nicht verdient sozusagen zu regieren das immer so das ist ein wesentlichen unterschied zwischen artikel 14 und artikel 15 grundgesetz artikel 14 grundgesetz bei den enteignung sagt enteignet werden kann aufgrund eines gesetzes die vergesellschaftung sagt es wird vergesellschaftet durch gesetz wenn man so ein rahmengesetz macht dann steht das da dann formuliert das den anwendungsbereich die zielstellung des gesetzes und vielleicht sogar entschädigungs fragen aber es führt selbst keine vergesellschaftung herbei das grundgesetz sagt aber es muss durch gesetz vergesellschaftet werden das ist also ein unterschied bei einer enteignung bei einer enteignung hat man auf es gibt das berliner enteignungsgesetz das könnt ihr nachgucken und in diesem enteignungsgesetz steht auch in anführungszeichen wie in einem rahmengesetz drin unter welchen bedingungen welche gegenstände enteignet werden können und wie die entschädigung zu laufen hat das ist alles ganz detailliert geregelt ich habe auch mal bei der enteignungsbehörde hospitiert die sitzt nämlich in der senatsverwaltung für stadtentwicklung als katrin lomscher da noch das haus hatte habe ich mich mit den leuten unterhalten und mich informiert wie läuft das eigentlich so wie wie funktioniert das in der praxis das gesetz kann ich lesen aber wie läuft es denn bei euch wenn sich jemand wehrt gegen so eine enteignung dann macht er das nicht gegen das gesetz sondern macht er das aufgrund des ausführenden verwaltungsaktes der ihm nämlich auf grundlage dieses gesetzes nach grundgesetz und dann landesgesetz eben das eigentum wegnimmt bei einem vergesellschaftung gesetz bei der vergesellschaftung wird das nicht funktionieren du kannst aufgrund des wortlautes des grundgesetzes wahrscheinlich nicht die vergesellschaftung von den entsprechenden wohneinheiten oder den wohneinheiten und den grundstücken die zu den entsprechenden konzernen in berlin gehören wirst du nicht wahrscheinlich nicht mit einem einfachen verwaltungsakt aufgrund eines rahmengesetzes daher kommen können sondern du wirst in dem gesetz die kommission hat gesagt nicht flurstückscharf das ist auch ein erkenntnisgewinn den wir hatten denn den vergesellschaftungs gesetzentwurf den meine links fraktion am ende der vergangenen wahlperiode also bevor die 21er wahl stattgefunden hat da haben wir schon mal so einen ersten gesetzentwurf gemacht auf dem damaligen kenntnisstand den man so hatte und auch einen ersten gesetzentwurf für eine errichtung von solcher gemeinnützigen aör gemacht damals sind wir als linke noch davon ausgegangen dass man nach dem was bisher die rechtswissenschaft gesagt hat tatsächlich sogar die flurstücke benennen muss im gesetz da sind wir jetzt schlauer geworden lernkurve die kommission hat gesagt nein nein die flurstücke musst du nicht reinschreiben aber du musst schon durch gesetz vergesellschaft also das gesetz muss schon so scharf sein so konturiert sein dass dem adressat dem unterworfenen dieses gesetzes denjenigen den es trifft klar ist mein eigentum ist jetzt hier gemeint was jetzt wegkommt und entschädigt wird und ich wette um alles was ich hier in der tasche habe dass das rahmengesetz was der cdu finanzsenator evers federführend mit der spd verhandeln wird dass es diese schwelle nicht nehmen wird und dann haben wir genau das was florian rödel professor dr florian rödel aus der expertenkommission gesagt hat dann haben wir für karlsruhe schon eine gewisse schwierigkeit in einer abstrakten normkontrolle zu prüfen also überhaupt zu einem ergebnis zu kommen zu sagen ich habe hier überhaupt etwas was ich formell und materiell norm kontrollieren kann ich glaube persönlich dass die gefahr groß ist habe ich ja vorhin schon gesagt dass der zweite senat mit der mehrheit die auch den mietendeckel aus ordnungspolitischen und machttaktischen gründen gekillt hat vielleicht auch irgendeinen völlig absurden aber dann am ende des tages ja gültigen gültigen weg finden könnte um zu sagen schon dieses rahmengesetz ist verfassungswidrig weil machen wir uns doch nichts vor ich benutze jetzt mal den begriff schon der mietendeckel aber erst recht dass der vergesellschaftungs volks volks entscheid ist zu recht klassenkampf von unten das ist notwehr und es geht an das eingemachte dieser republik es geht an das eigentumsrecht an das eigentums grundrecht und es entzieht den leuten da vorne ist ein block deutsche wohnen den könnt ihr euch wunderbar angucken in der bogenhagenstraße er entzieht diesen kapitalmarkt orientierten gesellschaften das zentrale das das zentrale den zentralen gegenstand ihres geschäftsmodells er nimmt ihnen grund und boden weg mit dem sie im einklang mit der löchrigen mietpreisbremse die die cdu maßgeblich löchrig gemacht hat nimmt ihnen die möglichkeit mit diesem grund und boden die mieterinnen und mieter alle zwei jahre auszupressen wie eine zitrone und wenn eure berechnung glaube ich richtig sind und die sind auch von anderen leuten kontrolliert worden gegengecheckt worden dann fließen monatlich fließt monatlich ein drittel ein drittel der miete die die leute bei deutsche wohnen und wohnen wir zahlen direkt in die dividende der aktionäre und da will dieser volks da will diese volksinitiative da wollen auch wir linke und da wollen auch die es hat las ja gesagt auch die spd linken die wollen daran und da geht es ans eingemachte und da werden die sich mit allem was sie haben während mit ihren politen die immobilienlobby die eigentümerlobby die werden sich mit ihrem parlamentarischen arm in der fdp in der cdu csu mit allem was sie haben dagegen wehren denn wenn das hier klappen sollte und auch noch von verfassungsgerichten sozusagen zugelassen würde dann haben wir hier dann haben wir hier wirklich eine welle die losgehen wird weil dann wird sich kaum ein cdu ministerpräsident in irgendeinem anderen bundesland wird also der wird es dann schon extrem schwer haben dann auch noch sozusagen sich so einer sache entgegenzusetzen beziehungsweise dann wird aber sofort die frage kannst du vielleicht auch noch beantworten weil die kam nämlich auch noch dann wird es nach meiner perspektive ein lauffeuer geben in allen anderen bundesländern zumindest in den bundesländern in den direkten demokratie in ähnlichen umständen wie hier erlaubt ist dann wird da sofort die bewegung von unten kommen und dann wird jeder cdu ministerpräsident ganz ganz große probleme haben sich hinzustellen und zu sagen ja in berlin wurde es gemacht es funktioniert technisch und finanziell karlsruhe hat es erlaubt aber ich sage hier in nordrhein-westfalen oder sonst wo nein nein deutsche wohnen und von novia dürfen weiterhin rendite rendite zitronen aus ihren mieterinnen und mietern machen das wird natürlich nicht funktionieren und deswegen geht es hier ums eingemachte in berlin äh genau das wäre die überleitung zu dem punkt äh wir sind auch da noch nicht untätig wir haben eine sehr ähm genau eine eine ähm finde ich sehr tolle schwesterkampagne in hamburg ähm die seit mittlerweile glaube ich anderthalb jahren politik macht sie hat sich ähm ich kenne die gründe gar nicht sie hat sich nicht deutsche wohnen und kohen eignen in hamburg genannt sondern hamburg enteignet äh wollten sich glaube ich stärker betonen dass sie es tun als hamburgerinnen und hamburgern ähm was ich auch sehr spannend finde ist dass ähm nicht im wohnbereich aber im rheinland in köln gibt es eine noch sehr kleine gruppe die eher aus der klimabewegung kommt die rwe und eon angreifen möchten und quasi in einem anderen bereich der daseinsvorsorge in der energieversorgung diesen artikel 15 ähm ja austesten möchte rwe und kuren eignen heißen die und das ist total spannend weil ähm quasi auch wenn es noch keine so dolle bewegungsdynamik gibt wie wir als außerparlamentarische bewegung jetzt hier irgendwie jetzt seit fünf jahren aufs tableau gelegt haben ähm ist es genau das was was auch hier angedeutet wurde dieser vergessene paragraf im grundgesetz äh deutet schon jetzt darauf hin was eigentlich in 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 unserer zeit und in der aktuellen krisensituation in der wir stehen in den vielen vielen krisen in denen wir stehen und den belastungen für alle mieter innen und bürger innen und wähler innen eigentlich an dimension haben von staatlicher und kollektiver handlungsmöglichkeit ähm die wir einfach aus verschiedensten interessen nicht nutzen und ich glaube da werden verschiedenste teile von bewegungen nicht still stehen genau wie du meintest ähm das weiter voranzutreiben ähm aber das ist so die eine kehrseite das ist so unsere unsere seite als bewegungen aber äh auch so gab es ja äh dolle resonanz bundesweit auf die auf unsere initiative schon immer aber noch sehr stark seit 2021 aber jetzt auch weiter stetig es gibt natürlich viele progressive in ganz 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 vieler couleur also von linksfraktionen in landtagen oder einzelnen fachpolitischen sprecher innen von irgendwie mieten politischen gruppen in hamburg stuttgart münchen frankfurt rheinland überall die sich positiv darauf beziehen aber halt genauso gibt es halt über auch auf die gegenwehr also in hamburg zum beispiel sind die grünen noch konservativer die lehnen das alles als teufelszeug ab die spd natürlich auch bisschen hoch zum kanzler der im wahlkampf ja von uns ein bisschen gezwungen wurde durch die dynamik die wir hatten in berlin im wahlkampf 21 damals sich auch auch stellung beziehen musste zu der enteignungsfrage und auch also gaiwitz aktuelle bausenatorin ihr seine bausenatorin als auch olaf schurz meinten nein da gibt es ganz gute argumente in berlin dadurch wird leider keine wohnung gebaut das müssen wir ablehnen also sie machen das einfach sie nehmen da glaube ich den den gleichen wortschreiber in die wortschreiber von von skr giffey einfach auch um die argumente für olaf schulzen und klare geibitz dafür zu schreiben also genau diese klassischen reaktionen ja vermutlicherweise ich will nochmal kurz ein bisschen schwung reinbringen und ich konfrontiere euch jetzt mal mit zwei argumenten die ich hier vom infostand aus der straße mitgenommen habe das eine ist ein bisschen älter das andere ist aktueller ich fange mit dem älteren an als ich unterschriften gesammelt habe für die letzte stufe des volksentscheides dass wir hier 21 abstimmen konnte habe ich immer meistens also ich habe überall im wahlkreis gesammelt aber auch viel an der storkower straße dann stand ich da und habe also gesammelt und wir haben schön musik gemacht und das wetter war gut und eigentlich wunderbare bedingungen um den leuten hier in dichtenberg die ja auch viele zumindest auch noch zeiten erlebt haben wo eine sozialistische wirtschaft auch irgendwie bezahlbaren wohnraum zur verfügung stellen kann ich habe mal gedacht heimspiel wir hatten ja auch eine hervorragende mehrheit muss man sagen so aber die kam auf mich zu und die wohnte oder wohnt immer noch wahrscheinlich in der rudolf seifert straße in einem großen elf geschosser block direkt gegenüber vom storkower bogen das ist ja so ein kleines regionales einkaufszentrum was wir haben und dieser elf geschosser riegel gehörte tatsächlich zu den blöcken die als die ddr aufhörte zu existieren sozusagen filetiert wurde in lichtenberg sind ja glücklicherweise die meisten davon in genossenschaftshand oder in die kommunale hand hier meistens der hoboge gekommen aber es sind eben auch ein paar an immobilien heuschrecken gegangen prima immobilien und eben auch da von 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 Alles toll. Ich habe noch einen Mietvertrag aus DDR-Zeiten, der hat glücklicherweise so niedrig angefangen, dass dem ja auch mit dem kapitalistischen Schweizer Käse-Mietpreisbremsenlöchere hier nur verhältnismäßig erhöht werden kann, alle zwei Jahre. Ich kriege das alles noch hin und wenn das hier vergesellschaftet wird und das hier so eine, ich spitze das mal ein bisschen flapsig zu, so eine staatliche Berliner Butze bekommt, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob das hier mit den Hausmeisterdienstleistungen noch vernünftig funktioniert und ich kenne Jehovo-Gebäude, da finde ich irgendwie wird nicht so viel gemacht und also nee, da kriegen sie meine Unterschrift nicht. So, dann stehst du erst mal da und nimmst es so zur Kenntnis, das Argument. Also du merkst, die Provokation geht sozusagen an dich. Es gibt ja auch ein paar ehemalige GSW-Wohnungsbestände, die bei der deutschen Wohnung waren, die wir wieder zurückgekauft haben. Das haben wir noch mit einem größeren Deal gemacht, als wir in der Koalition waren und wo jetzt tatsächlich viele von unseren Fachpolitikern hingehen und wo die Mieter tatsächlich jetzt teilweise sagen, ich war dafür, dass es rekommunalisiert wird, aber inzwischen stelle ich fest, wir verhungern hier am ausgestreckten Arm und die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die jetzt für uns zuständig ist, die kriegt das hier irgendwie nicht hin. Das ist alles dreckig, stinkt und was soll das eigentlich alles? Also die eine Provokation da nochmal vielleicht zum Abschluss an dich und für Lars habe ich auch noch eine Provokation. Sagen wir mal, wir alle jubeln und es gibt über den einen oder über den anderen Weg am Ende des Tages ein Vergesellschaftungsgesetz, was zuschnappt und was die roundabout 250.000 Heuschreckenwohnung unter den Rock einer AÖR bekommt, die gemeinwirtschaftlich wirtschaften muss, weil das muss sie auch, weil ansonsten würde der Grund für die Vergesellschaftung der Rechtfertigungswohnung wegfallen. Sagen wir mal, das passiert alles. Und dann ist es also eine AÖR und von der AÖR ist dann Christian Gebler, der Aufsichtsratsvorsitzende, also unser aktueller Stadtentwicklungssenator, der es ja dann vielleicht auch immer noch ist, weil die SPD ja dann weiter an der Regierung beteiligt ist, entweder mit der CDU oder vielleicht auch mit einer anderen Formation. Und dann ist die Situation auf dem Mietenmarkt immer noch scheiße, weil immer noch knapp und dann passiert mit den Leuten, mit den Mieterinnen und Mietern in dieser AÖR das, was jetzt gerade mit den Mietern der landeseigenen Wohnungsgesellschaften auch passiert, nämlich das Mietenmoratorium, was R2G noch beschlossen hat, wird ausgesetzt und es wird eine Erlaubnis erteilt für Mieterhöhungen. Welchen Mehrwert haben die denn eigentlich noch davon? Weil es ist doch egal, ob jetzt die Vonovia für die Dividende, denen die Miete erhöht, oder ob Christian Gebler seinen Daumen hoch macht, wenn der Geschäftsführer, wenn der Aufsichtsrat, nee, Entschuldigung, es ist dann der, bei der AÖR, es ist der Vorsitzende. Wenn der Vorsitzende der AÖR dann irgendwie sagt, so, ich brauche aber die Knete, weil ich muss hier irgendwie einiges sanieren. So, also die beiden Provokationen wollte ich vielleicht nochmal am Ende loswerden, um mal ganz konkrete Widersprüche aufzuzeigen, die sich vielleicht trotzdem stellen könnten. Ja, ich glaube, das kann ich vielleicht halbwegs gut beantworten, weil ich habe diese Aussage auch sehr häufig bekommen, auch beim Sammeln teilweise in Tempelhof-Schöneberg, weil ich habe dort sehr lange gelebt, da kennen lassen sich und ich uns auch schon. Das passiert, natürlich. Man kann es nicht pauschal sagen, dass quasi jeder Mietvertrag von der Mitteldeutsche Wohnen einfach komplett wahnsinnig ist und man kann auch nicht sagen, dass jeder Mietvertrag mit Landeseigenen oder Genossenschaften ganz zauberhaft ist und ganz wunderbar. Und es ist wirklich einfach schwer, dann mit den konkreten Personen dann zu diskutieren, was dann trotzdem Gründe sein können, dass unser Anliegen ein richtiges ist. Und was ich finde, was immer sehr gut funktioniert hat und was, wenn ich ehrlich finde, es überhaupt gar nicht strategisch ist, um Leute zu ihrer Unterschrift zu bekommen, sondern was ich einfach wirklich finde, ist, dass auch darüber hinaus aber wir uns die Frage stellen müssen, ob wir weiterhin trotzdem wollen, dass diese Konzerne so eine große Macht haben in unserer Stadt und quasi niemandem anderen verpflichtet sind als ihren eigenen Aktionären. Und damals, 2021, im Wahlkampf, war das auch noch stärker als heute, weil, wie gesagt, heute ist auch wirklich viel Resignation in der Stadt, wenn man dann auch zurückgefragt hat, aber wen kennst du denn noch in deinem Umfeld, im Bekanntenkreis, Familienkreis etc., der auch bei Deutsche Wohnen, Achilles Heimstand aus Arbeit und wie geht es denen denn? Dann kamen dann sofort die Geschichten, wo die Heizung ewig lange nicht angeht, wo die Fenster einfach nicht gemacht werden, wo niemand erreichbar ist. Und deswegen heißt ja auch unsere Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das haben wir nicht nur, wie wir uns strategisch ausgedacht, also vor allem nicht das Deutsche Wohnen. Das enteignet schon, aber nicht das Deutsche Wohnen, sondern der Vorläufer unserer Initiative war ja der Deutsche Wohnen-Mieter-In-Protest, der wiederum losgegangen ist in der Otto-Sur-Siedlung, wo es einer der ersten Mieter-In-Kämpfe war, der gewonnen war. Und dieser berlinweite Deutsche Wohnen-Mieter-In-Protest hat sich ja ganz konkret zusammengefunden, um quasi gemeinsam zu kämpfen gegen die einzelnen Mängel in ihren Häusern. Und deswegen war also der Deutsche Wohnen so zentral. Und diese ganzen Konzerne haben ja auch sehr verschiedene Praktiken. Deutsche Wohnen und Wohnmobil sind ja nicht so die, die alle Häuser Luxus sanieren, um so möglichst viel auszupressen, sondern die haben sehr verschiedene Taktiken, um aus verschiedenen Beständen die meisten Miete rauszubekommen. Und in Lichtenrade, wo wir gesammelt haben, gibt es Bestände, da wurde einfach gefühlt 100 Jahre nichts gemacht. Dann gibt es andere Bestände, gerade im Norden und gerade im Osten, die sind zauberhaft saniert. Die wurden einfach wunderbar übernommen oder dann frisch saniert in den 90er von ehemaligen Landeseigenen. Wiederum eher Heimstaden oder Arkelios, internationale und auch skandinavische Konzerne. Die sind halt eher in Prenzlauberg, Kreuzberg, Neukölln und so und sanieren halt einfach alles ordentlich luxusmäßig durch und ziehen halt so alles raus. Also die haben auch alle sehr verschiedene Taktiken und Geschäftsstrategien. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut schließen, auch mit dem Vermerk nochmal, das, glaube ich, geht auch schon ein bisschen in die Frage, die auch eigentlich an Lars ging, wir wollen diese Wohnungen auch nicht wieder verstaatlichen. Wir werden uns ja immer wieder sehr konkret dazu, einfach zum Beispiel auch so auf so Ideen, die immer wieder auch hochkommen, einfach diese Wohnungen, die wir dann enteignen und vergesellschaften, anteilig den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zuzuschlagen. Das wollen wir nicht, wir wollen nicht, also das ist ja die dritte Säule der Vergesellschaftung, neben der Überführung von Eigentum, der Enteignung, dann neben der Änderung vom Wirtschaftszweck, von der Privatnützigkeit, nur zum Wohle der Eigentümer von Deutschen Wohnen, irgendwelchen Aktionären, die irgendwo sitzen, hin zur Gemeinwirtschaft und der Demokratisierung der sogenannten Verfügungsgewalt, also der Demokratisierung, was passiert eigentlich mit diesen Wohnungen. Also es ist auf einem sehr hohen Scale eigentlich eine Mischform zwischen Elementen, die wir aus Genossenschaften kennen, die wir aus der historischen Rätebewegung kennen, die eng mit der ArbeiterInnenbewegung verknüpft ist und mit aktuellen Bewirtschaftungsstrukturen, die wir in Berlin kennen, auch bei Landeseigenen. Und deswegen haben wir ja auch ein Modell vorgelegt und solange unsere Initiative besteht und solange wir politisch kämpfen werden, werden wir auch immer dafür kämpfen, dass dieses Modell umgesetzt wird, nämlich dann hat nämlich nicht die Politik in dem Aufsichtsrat oder in dem Verwaltungsrat dieser AOR das Sagen, sondern wir haben ein Modell vorgelegt, was sehr konkret darauf aus ist, dass die Politik nämlich mit Finanzsenator und Bausenator und Senator nur zwei Sitze hat von elf in diesem Verwaltungsrat und dass quasi die MieterInnen fünf haben, die Beschäftigten fünf haben und die Stadtgesellschaft zwei, fehlen noch, ja zwei, elf insgesamt, drei, jeweils drei. Also es kann dann quasi in dieser Struktur gegen Beschäftigte und MieterInnen zusammen kann nichts passieren. Und das ist eine Form von Demokratisierung, die für uns so immens wichtig ist, um auch die Lehren zu ziehen aus 2001 zum Beispiel, wo nach dem Bankenskandal dann mit WoWi und auch der PDS die Sachen halt verscherbelt wurden. Also man kann es nie perfekt machen, aber wir haben probiert in unserem Entwurf für diese Anstatt öffentlichen Rechts so viel Reprivatisierungsmechanismen reinzubauen, wie irgendwie geht. Und dass wirklich so viele Mechanismen mit eingebaut sind, dass diese Wohnungen nicht wieder verscherbelt werden und nicht unter dem einfachen Zugriff vom Bausenat oder vom Senat oder von der Politik allgemein ist. Und das ist auch eine Lehre aus 2010 und auch eine Lehre aus dem, wie quasi auch die Landeseigenen teilweise nicht gut arbeiten, weil sie so eine riesige Belastung haben, auch in der Neubaufrage zum Beispiel. Genau, deswegen, das ist mein Ende. Das war jetzt nicht so rund, aber ihr wisst. Nein, 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 nein. Das Ende des Redebeitrages. Und jetzt wird Lars mir natürlich gleich sagen, vielen Dank für deine Provokation, aber da das dann ja vom AÖR so aussieht, wie eben beschrieben, kann ja Christian Gebler gar nicht mehr den Daumen hoch oder runter machen. Aber trotzdem die Frage, wenn wir die Rechtszugehörigkeit, wenn wir die Eigentumssteuerung ändern, kann dann nicht auch das passieren, was wir jetzt gerade bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen beobachten müssen, nämlich die Erlaubnis zur Mieterhöhung abgesegnet durch einen SPD-Stadtentwicklungssenator. Ja, natürlich kann das rein theoretisch passieren. Aber es gibt doch einen systematischen, strukturellen Unterschied. Christian Gebler oder wer auch immer ihm nachfolgen wird in diesem Amt, wann auch immer, ist jemand, der politisch verantwortlich ist. Ja, der muss um demokratische Mehrheiten ringen und da wird am Ende, werden dann so Leute wie du und ich da hinkommen und sagen, normativ hätten wir in Berlin gerne folgende Politik zum Schutz der Mieterinnen und Mieter und deshalb, ob wir das jetzt Druck machen nennen oder demokratische Beschlüsse oder was auch immer, werden wir da eingreifen. Vonovia ist kein Politiker, Vonovia ist ein Kapitalmarktakteur. Und das ist doch der strukturelle Unterschied, dass wir dann jemanden in einer öffentlichen Funktion haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der da Vorsitzender wäre in so einer Stiftung. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das strukturell so sein muss. Aber das ist natürlich der Unterschied, dass wir jemanden haben, der öffentlich dafür verantwortlich ist, wo wir in Berlin mit dieser Reise hinwollen und nicht mehr nur am Kapitalmarkt und gegenüber seinen Dividendenempfängern. Und ich will vielleicht nochmal einen letzten Punkt sagen, weil ich glaube, das eint uns so ein Stück weit. Auch aus den Anekdoten heraus zu sagen, naja, die Leute erzählen mir an den Infoständen natürlich auch alles Mögliche und auch 2021 und 2023 in den Wahlkämpfen Haustürbesuche, was ich da für verlotterte Buden von der Deutschen Wohnen aufgesucht habe. Das spottet wirklich jeder Beschreibung. So und deshalb ist es doch aber gerade, und das vielleicht nur als letzten Gedanken hier in die Runde geworfen, gerade so spektakulär, dass wir uns zum ersten Mal auf den Weg machen, denen zu sagen, wir nehmen euch euer Eigentum weg und wir trauen uns, einen Artikel aus dem Grundgesetz zu ziehen, den bisher noch niemand gezogen hat. Aber wir machen das jetzt. Und wenn der Koalitionspartner CDU heißt, was mir nicht passt, wie du weißt, ich muss auch mit denen umgehen und die gehen mir auch auf die Nerven. Trotzdem ist es richtig zu sagen, angesichts dieser Notwehrsituation, wie du ja sagst, wir haben doch alles versucht. Wir haben Mietendeckel versucht, ich habe die Mietensteuer vorgeschlagen, ich habe Marktzugangsbeschränkungen für Kapitalmarktorientierte vorgeschlagen. Es ist bisher überall nichts draus gefolgt. Und dann, wie du auch, die Lehre daraus zu ziehen, zu sagen, Notwehrsituationen, jedes Instrument ist recht. Das ist doch das Spektakuläre an dem aktuellen politischen Vorhaben. Und deshalb glaube ich, wir sollten da geeint unterwegs sein. Auch wenn es in Details immer knirschen wird, ist das eigentlich ein großer Wurf, den wir da planen. Und deshalb sollten wir uns da nicht auseinanderspielen lassen, sondern möglichst gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Das werden wir versuchen. Gibt es bei euch noch Fragen oder Bemerkungen, die ihr habt an uns hier vorne? Dann wäre jetzt nochmal eine gute Möglichkeit, das zu machen. Ich zwinge aber natürlich niemanden, machen wir sowieso nicht in der Linken. Ach, jetzt wird ja... So, doch, es gibt tatsächlich noch eine Frage und die wollen wir natürlich auch noch zulassen. Ich habe den Eindruck, was jetzt losgeht, ist zum Unterschied von dem, was bisher gelaufen ist in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion zur Enteignung, zur Gesellschaft. eine Graswurzel-Bewegung. Welche Chance hat diese Graswurzel-Bewegung gegen den Mainstream der öffentlichen Meinungsmedienmacher in Berlin und überhaupt im Bund? Diese Frage müssten wir uns immer mitnehmen, finde ich. Und so war auch mein Gedanke vorhin nach dem Doppelherrschaftsfrage. war keine juristische Frage. Ich wusste ja, dass du juristisch antworten wirst, Sebastian. Sondern es ist eine Frage nach der Öffentlichkeit. In dem Prozess jetzt, dieser Auseinandersetzung, die vielleicht öffentlich stattfindet, vielleicht hoffentlich, mehr als bisher im Moment gelaufen ist, da werden beide Gesetzesvorhaben gegeneinander öffentlich konkurrieren. Garantiert glaube ich, dass das in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Nummer eins und Nummer zwei. Ich denke mal, dass das, was wir hier diskutieren, das diskutierst du dann an der Theke oder am Stand, am Wahlstand und so wieder. Ja. Aber wie kommt es an? Wir dürfen nicht nur juristisch argumentieren. Da renne ich jetzt auf eine Tür. Nein, das ist klar. Aber das wird eines unserer Hauptprobleme sein. Und ich finde mal, der Öffentlichkeit sollte eine Forderung stehen, nach allem, was ich jetzt gehört habe, über Mieterhöhungen und so weiter. Vielleicht schafft es die Initiative in der Diskussion mit Ihren Gesetzesformulierern, mal einen Vorschlag zu machen, wenn Sie durchkommen, wie hoch oder wie niedrig die Mieten dann sein könnten. Damit kriegen wir die Leute in die Diskussion und vielleicht auch hinter uns. Das wollte ich nur sagen, weil gerade in der Diskussion hier, die Rolle war von der Provokation, die du gestellt hast, Sebastian. Ja, der Staatskonzern Hovo G, ich sage es mal so, wie es ist. Und der Hausmeister da, den es ja nicht mehr gibt in der Hovo G, na ja, der ist aber sonst wo. Ich glaube, der ist ja in irgendeiner Hausmeister, also mein Hausmeister, nein, 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 mein Hausmeister, der sitzt irgendwo, na, früher hätte ich gesagt, in Bonn oder wo sie noch Immobilien haben. Das haben sie alles ausgelagert für eine normale Steckdosenreparatur. Ich, mit meins wie linken Foden, gehe an keine Steckdose mehr ran, das ist doch klar. Früher habe ich das alles selber gemacht, ja, gut. Ja, ich habe mir, Ronald, ich habe mir runter die Erdefinger verbrannt, das ist klar. Da brauchst du vier Wochen, weil der Konzern so aufgestellt ist. Wird diese Anstalt des Öffentlichen Rechts, wird dies besser machen? Das ist die Frage, die wir auch in der Diskussion vorbereiten müssen. In der öffentlichen Kampagne, die ihr jetzt vorhabt. Lange Rede, kurzer Sünde. Eigentlich schließt sich das so ein bisschen daran an, wie man später dann argumentiert, wenn die Gesetze oder die Abstimmungen irgendwie in die Öffentlichkeit gegeben werden und es noch mal eine Volksabstimmung gibt. Da habe ich viel auch darüber nachgedacht, über dieses Argument, es entsteht keine neue Wohnung. Und ich denke da eher gesamtwirtschaftlich für die Stadt. Man hört in den Nachrichten, dass teilweise neue Arbeitskräfte, die wir hier brauchen, Fachkräfte, die ihre Jobs in Berlin nicht antreten können, weil sie keine Wohnung finden. Das ist ja ein wirtschaftlicher Verlust für die Stadt. Und gleichzeitig, wenn wir sehr hohe Mieten bezahlen, als Mieter in Berlin, oder einen Großteil davon, verlieren wir damit der Kaufkraft, um das Geld dann im Laden nebenan auszugeben. Plus, alle, die die unterstützende Leistung haben, Wohngeld oder Hartz IV heißt ja nicht, Bürgergeld, da heißt ja, das bedeutet ja, dass die Stadt diese Mieterhöhung immer bezahlen muss. Ich weiß nicht, ob man das statistisch, finanziell überhaupt erfassen kann, dass wenn es eine Mieterhöhung bei den Privaten gibt, was das eigentlich für Auswirkungen hat, auch finanziell auf die Stadt und damit den Steuerzahler, denn die Stadt sind wir ja. Wir mit unseren Steuern bezahlen ja das Ganze. Also muss ich mehr Steuern bezahlen, damit die Deutsche Wohnen ihren Aktionären mehr auszahlen kann. Also gut, ich wohne bei denen, ich zahle sowieso schon einen Teil ihrer Gewinne, aber das mache ich zusätzlich als Arbeitnehmerin, weil die Stadt Berlin eben diese sozialleistende, unterstützende Leistungen an Leute zahlt, die das nötig haben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dass man dieses Argument auch mal vorbringt, dass man den Bestand in den Mieten, oder die Mieten im Bestand eben irgendwie begrenzen muss, weil das gesamtwirtschaftlich für uns alle, auch für die Eigentümer, die ihr Häuschen irgendwo haben in Berlin, die zahlen das ja auch alles. Also vielleicht könnte man das noch in eine Argumentation mit einbringen, mit ein paar Zahlen unterfüttern, wenn das überhaupt möglich ist. und das andere auch noch mal zum Rahmen gesetzt, da habe ich jetzt sehr aufmerksam zugehört und ich verstehe sehr gut, in was für einer schweren Situation die SPD ist. Die Basis zumindest bei der Führung, habe ich eine andere Meinung, aber die Basis. Also ich kann ja immer nur das wiedergeben, was ich aus der Presse mitbekomme. Und dann frage ich mich aber auch wiederum, wenn es sowieso nur darum geht, ist dieser Artikel 15 anwendbar oder nicht? Dann kann man es ja auch gleich konkret machen. und das wie Copy-Paste danach eben auf Strom und Gas und Wasser und was da ist anwenden. Ich meine, wenn wir Pech haben und es wird abgelehnt, das würde mit beiden Gesetzesvorschlägen passieren. Aber bei dem einen, wenn er nicht abgelehnt wird, könnte er dann gleich in Kraft treten und dann könnte man zwei, drei Jahre prüfen, ob man das vielleicht auch noch bei Gas und Wasser und Strom auch anwendet. Also sozusagen, als Laie verstehe ich nicht so ganz, ich habe Ihre Argumente gehört und verstehe die auch, aber wie gesagt, als Mieter wünscht man sich dann was anderes. Also deshalb würde ich es eher konkreter machen wollen. Und noch eine technische Frage, wenn es das konkrete Gesetz durch Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gibt, wenn es die Mehrheit in einem Volksentscheid bekommt, würde das auch an diesen zweiten Senat gehen? Die würden dann auch darüber entscheiden. wenn mal wieder die CDU-CSU-Fraktion dagegen klagt. Das Gesetz ist dann im Range des einfachen Landesgesetzes, gilt dann das Konzeptmikrofon? Entschuldigung. Vielleicht erst mal noch ein bisschen. Erst mal ein bisschen. Genau. Das ist dann die konkrete Frage. Ja. Ja, ich finde auch gut, dass die Veranstaltung gemacht wird und auch gut, dass sich ein Mitglied der SPD hier stellt und ich zweifle auch nicht an seiner persönlichen Integrität, sonst würde er nicht hier sitzen. Aber wie meine Vorrednerin auch sagte, es ist immer ein Unterschied, was einfache Mitglieder denken oder sie sind ja nicht einfache Mitglieder, sondern auch Landtagsabgeordnete und was dann die einflussreicheren Kräfte in der SPD und nicht nur da denken. Auch ich habe lange gesehen, dass dieser juristische Prozess dazu dienen soll, das Ergebnis des Volksentscheides auf die lange Bank zu schieben. Dieser lange Prozess dient und auch meines Erachtens dazu, dass die Menschen weit entmutigt sind, weil man eben sieht, es geht nicht vorwärts, obwohl es so ein eindeutiges Votum gibt und das ist natürlich auch politisch gewollt. Ich finde gut, dass diese Expertenkommission, an der ich auch als Zweifel hatte, zu solchen Ergebnissen gekommen bin, aber ich stimme dem zu, was Sebastian gesagt hat, was Klassenkampf von unten betrifft, Eingriff in die Eigentumsordnung und so was. Und ich sehe auch, dass der Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes, des Zweiten Senates zum Mietendeckel in Berlin politisch war. Fachlich hat das nichts zu tun. Ich habe in meinem zweiten Berufsleben über zehn Jahre als Hausverwalter gearbeitet. Und ich weiß, als die Mietpreisbremse erlassen worden ist, hat unser Chef seinen Rechtsanwalt gefragt, was hat das für Konsequenzen für den Vermieter, wenn er sich nicht dran hält. Gibt es Sanktionen? Gibt es nicht. Und das ist das Schlimmste, was einem Vermieter passieren kann. Ein Mieter rügt, aber er muss selbst aktiv werden. Ich habe gesehen, was der Mietpreisdeckel gemacht hat. Die Verträge bei uns waren so gewesen, es standen zwei Mieten drin. Eine gemäß Mietpreisdeckel, das war die Hälfte gewesen des Preises, als das es war. Und das war 2015, 2016, 2017. Seitdem ist das gegangen. Die Hälfte des Preises und die andere Miete für den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht, wie leider geschehen, diesen Mietpreisdeckel gibt. Also es ist eine politische Frage und da stimme ich dem zu. Und es ist wichtig, in diesem Staat sind juristische Feinheiten sehr wichtig. Man kann in der Sache recht haben, wenn man formale Fehler begeht, ist es schlimm. Meine Frage an den Vertreter von Miet, von der Initiative ist, ihr wollt einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, was ich gut finde. Du hast auch, oder Sie haben auch schon angedeutet, es gibt auch andere Möglichkeiten. Mich würde interessieren, was für Möglichkeiten sieht die Initiative, um die Politik von der Straße her weiter unter Druck zu setzen. Denn dieser Druck muss auf jeden Fall vorhanden sein. Ohne den geht es nicht. Er ist eine Voraussetzung für ein möglichst erfolgreiches Gelingen. Gibt es Möglichkeiten und es ist auch wichtig, dass eben Entmutigte vielleicht auch ein bisschen dazu wieder mit sich aufbrachen, aktiv zu werden. Es ist traurig. Ich weiß von Sebastian, es sind viele angeschrieben worden, die da eigentlich dieses Thema unmittelbar betrifft. Und ich sehe davon, es wird kaum jemand da sein. Ich kenne die nicht. Und das ist eben schade und das spricht eben leider für vieles in dieser Hinsicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Welche Maßnahmen, praktische Maßnahmen, hat die Initiative im Petto, um eben von der Straße Druck auf die Politik auszuüben? Ist es an? Ja, gut. Also ich wohne da drüben bei Deutsche Wohnen. Also als ich dort eingezogen bin, da war es noch GSW. GSW war ja auch so ein Ergebnis von Rot-Rot. Aber GSW war dann, als ich dort eingezogen bin, das war fast ein Paradies, würde ich mal jetzt sagen. Und ich sage mal, ich will da hinaus, um mal zu zeigen, was Druck bewirken kann. Und zwar als positives Beispiel, weil da kam vorhin so eine Art Resignation durch. Also GSW, also ich habe mir auch keiner weiter Gedanken gemacht. Es gab eine Mieterzeitung, es gab einen Hausmeister, den Hausmeister, den kannte ich vom Sehen. Wenn ich Termine gemacht habe, das habe ich früh auf der Straße gemacht, weil ich den auch immer gesehen habe, weil der auch ein recht kleines Einzugsgebiet hatte. Deswegen hat man den auch öfters gesehen. Dann wurde plötzlich GSW an die Deutsche Wohnen verkauft. Plötzlich hat sich einiges geändert von heute auf morgen. Es gab keine Mieterzeitung mehr, es gab keine Angebote für irgendwelche Veranstaltungen mit günstigen Karten. Es gab keinen Hausmeister mehr, gar nichts mehr. Es war, man konnte auch keinen erreichen, so richtig. Es gab irgendeine Telefonnummer. Und dann irgendwann kam dann die Zeit, wo dieser Druck loskam. Deutsche Wohnen war ständig in den Medien. Und dann plötzlich fing auch die Deutsche Wohnen an, zu reagieren. Da kamen plötzlich zwei oder drei, nach einem längeren Zeitraum, so eine Art Werbezeitung. Das waren so große Plakate, die man zusammenfalten konnte. Da dachte ich, wow, schön bunt und von der Werbeagentur gestaltet. mit so, ich weiß gar nicht was, also ich habe alles mal aufbewahrt, so mit heißen Tipps, wie man Schimmel oder wo man sich hinwenden kann und so weiter. Also es war aber, damit konnte man nicht so viel anfangen. Dann kam irgendwann eine Erfolgsmeldung. Es gibt, also hier, Lichtenberg, in Marzahn haben wir wieder ein Büro eröffnet. Da gibt es richtige Menschen, die man auch richtig ansprechen kann. Da dachte ich, toll, fahre ich nach Marzahn hin. Und irgendwann, viel später, hat man zwar wohl gemerkt, das reicht nicht, es gibt wieder einen Hausmeister hier. Den habe ich zwar bis jetzt heute nicht gesehen, aber es gibt wieder einen Hausmeister, den man irgendwie telefonisch erreichen kann. Also ich dachte, oh, das sind die Reaktionen. Vorher war gar nicht und plötzlich kamen wieder Reaktionen. Und dann, habe ich dieses Jahr zum ersten Mal eine Mieterhöhung bekommen und irgendwie läuft da strukturmäßig in diesem Verein, läuft eigentlich schief, weil, also ich musste darum kämpfen, dass ich meine Zustimmung loswerden konnte, weil ich habe das prüfen lassen, aber das ging gar nicht. Also ich hatte viermal oder viermal, glaube ich, Mahnung bekommen mit Androhung vom Gericht und dachte, was soll ich noch alles machen? Also soll ich das persönlich hinbringen und vom Notar beglaubigen lassen oder sonst was? Und dann gab es noch dicke, also die Briefe wurden ja immer dicker und dann merkt man auch, dass sie sich darauf eingestellt haben. Da waren diese ganze Vereinbarung vom Senat mit drin gewesen, mit 30 Prozent und dann kann man darüber reden, dass die Miete und so, die haben die auch darauf eingestellt. Also die haben sich darauf eingestellt. Die anderen, die hatten öffentlich noch nicht diesen Druck gehabt, weil sie nicht konkret genannt worden sind. Aber Deutsche Wohnen, die wurden genannt. Und wenn man da permanent Druck ausrüben kann oder gemacht wird, dann kann man auch was erreichen. Ich wollte das nur mal aus dem Blick wegen eines sagen, ich habe mich nicht so groß drum gekümmert, weil bis jetzt, solange ich gearbeitet habe, konnte ich das auch bezahlen. Jetzt bin ich Rentner, jetzt muss ich mich kümmern. Jetzt muss ich mich drum kümmern. Aber das habe ich sozusagen in diesen zehn Jahren, die ich jetzt hier wohne, sozusagen erlebt. Wow, Druck kann was bringen. Öffentlicher Druck bringt was. Was wir bei der ganzen Geschichte retten haben, ich oute mich jetzt mal als 75 Jahre, dass ich noch ein ziemlich großer Radikalinski bin. Das Schönste, was hier oben draufsteht, ist enteignen. Und die vielen Themen, die wir angesprochen haben, es gibt heute so viele Felder, wo so viel Druck in der Masse ist. Du hast das vorhin angesprochen, deshalb habe ich auch gefragt, diese Bewegungen. Da geht es um Energie, da geht es um Schrebergärten. Ich bin ja auch oben in so einer Schrebergärtentruppe. Und wenn du mit den Leuten unterwegs bist, du sitzt in der Kneipe am Biertisch oder du bist beim Arbeitsansatz in der Handlage, merkst du heute, dass das Bedürfnis vieler, die weder eine Parteibindung haben noch, aber so vielfältig ist. Das geht ums Gesundheitswesen, das geht um die Ärzte, es geht um die Einschulung. Und insofern, sage ich mal, gucke ich immer auf dein gelbes Wörtchen nach unten in Eignen. Wir müssen einfach mutig sein. Und man muss auch manchmal die Schnauze aufmachen und sich da, also ich bin auch ein Linker, und outen und sagen, Leute, merkt ihr nicht, wenn wir hier nicht ganz unten anfangen. Und insofern bin ich bei der Graswurzel, da sollten wir uns alle ein bisschen Mut miteinander machen. Ja, vielen herzlichen Dank. Es gab noch ein, zwei Fragen, die wir bestimmt elegant in das jeweilige Schlussdate mit einbinden können. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr mit uns zusammen diskutiert habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, jeder konnte sich ein Stück weit auf den Stand der aktuellen politischen Auseinandersetzung bringen. Natürlich werde ich als euer Abgeordneter auch weiter darüber nicht nur informieren, sondern natürlich auch mit klarer Haltung Positionen einnehmen. Es überrascht euch natürlich nicht, dass wir als Linke eine klare Haltung haben. Wir wollen diese Vergesellschaftung. Wir werden die Initiative, wir auch in der Vergangenheit bedingungslos dabei unterstützen, jetzt auch diesen neuen Kampf mit der Erarbeitung des Gesetzentwurfes und dann auch der Bestreitung der verschiedenen Zustimmungsstufen bei der direkten Demokratie hinzubekommen. Gleichzeitig werden wir im Parlament natürlich als Regierung im Wartestand auf den Gesetzentwurf warten, den Schwarz-Rot vorliegt. Und wir werden ihn uns sehr genau angucken und überlegen, wie kann der qualifiziert werden, um auch schon zu einem zupackenden Gesetzentwurf zu werden. Und natürlich steht der im Wettbewerb mit dem, was die Initiative auf den Markt bringen wird. Ich glaube, das wird uns am Ende des Tages helfen. Es wird diejenigen, die ihre Dividendeninteressen und ihre Eigentumsinteressen auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter hier gnadenlos durchsetzen wollen, mindestens unter Druck setzen. Aber wir werden uns nicht schrecken lassen und mit irgendwelchen Nebelkerzen oder mit irgendwelcher weiße Salbe, die aus einer deutschen Wohnmarketing-Klitsche sozusagen uns versucht wird, in die Augen zu streuen. Das werden wir natürlich zurückweisen, weil es hier eben, wie ich vorhin gesagt habe, um mehr geht. Berlin kann im besten Sinne des Wortes ein Testlabor werden für eine grundlegende Frage, die in der Bundesrepublik Deutschland noch nie zur Anwendung gebracht wurde, nämlich, dass Artikel 15 mehr als Kosmetik im Staatsrechts-1-Kurs im Jurastudium wird, der als Feigenblatt irgendwie halten darf, dass man ja angeblich ein systemoffenes Grundgesetz hat, sondern wir werden das dann tatsächlich hoffentlich zum Schwur bringen und ich finde es geil, dass das von unten passiert. Das entspricht auch meinem Politikverständnis, denn ja, wir können im Parlament viel, wir können im Parlament auch bei vielen Sachen vorangehen und können mit unseren Ressourcen Gesetze auf den Weg bringen oder Entscheidungen treffen, die klasse sind. Aber in vielen, vor allen Dingen so grundsätzlichen Fragen, wo ein gesamtgesellschaftlicher Kampf geführt wird, von denen da oben gegen die hier unten, da geht es, bin ich der felsenfesten Überzeugung, immer nur mit zivilgesellschaftlichen Kräften zusammen mit den jeweiligen Vertretungen dann natürlich auch in den Parlamenten. Das ist also die Position, die wir dazu einnehmen und wie wir uns dazu weiter verhalten werden. Ich spreche an euch die Einladung aus, dass wir auch nach diesem Abend weiter miteinander im Gespräch sind, wir sowieso, weil wir auch zusammen Unterschriften sammeln werden und hier aktiv sein werden. Aber natürlich auch, Lars, mit dir, denn für mich als linker Abgeordneter ist es auch ein Wert an sich, dass wir auch nach dem die Mehrheit eurer Partei und vor allen Dingen die Parteispitze, obwohl es eine jederzeitige andere und auch größere parlamentarische Mehrheit im Abgeordnetenhaus gibt, das will ich an der Stelle nochmal sagen, wir haben zu jeder Zeit die Möglichkeit und die Tür ist aus meiner Sicht da nach wie vor offen, wenn die Zumutungen bei der CDU sozusagen zu groß werden. Es braucht nur eine mutige Entscheidung von euren Genossinnen und Genossen, um eine rechnerisch größere Mehrheit im Abgeordnetenhaus jederzeit zustande zu bringen. Und natürlich sind Koalitionen keine Wunschhochzeiten. Das ist auch sozusagen eine knallharte Frage, wie man seine Interessen durchgesetzt bekommt. Aber am Ende des Tages ist es nun mal so, dass wir in Berlin wahrscheinlich im Parlament ohne die SPD auch in Zukunft, so sieht es zumindest im Moment nicht aus, keine progressiven Mehrheiten hinbekommen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir, und ich bedanke mich auch bei Lars, dass er hergekommen ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Dass die Zivilgesellschaft mit der SPD bei allen Zumutungen und Schwierigkeiten, die das oft mit sich bringt, im Gespräch bleibt. Und dass auch wir als ehemaliger Koalitionspartner auch bei allen gemeinsamen Kämpfen und auch den einen oder anderen Zumutungen, die ihr uns als kleinerem Koalitionspartner zugemutet habt, trotzdem im Gespräch bleiben. Denn am Ende des Tages müssen wir gucken, was setzen wir hier für die Arbeiter, für die Mieterinnen und Mieter durch. Und da sehe ich immer noch die größeren Schnittmengen. So, jetzt habe ich genug Blumen verteilt und gebe euch beiden jetzt sozusagen das Schlusswort. Und diesmal fangen wir mit Lars an und enden mit dir. Danke, Nido. Ich mache es ganz kurz. Ich glaube, wir haben eine Menge Punkte eingekreist und es ist ein Wert an sich, dass wir hier miteinander sitzen und versuchen, progressiv Politik weiterzuentwickeln. Selbstverständlich werden wir auch im Gespräch bleiben. Ich habe in meiner eigenen Partei die Abstimmung über die Koalition 56 zu 44 verloren. Das war ein bitterer Abend, kann ich hier allen sagen. Das kann ja nicht dazu führen, dass wir nicht mehr über Inhalte streiten. Und ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, weil du so nonchalant gesagt hast, naja, GSW war ein Ergebnis von Rot-Rot. Formal stimmt das. Aber politisch gesprochen und von der Analyse her war der GSW-Verkauf ein Ergebnis des politischen Bankenskandals der CDU. Das muss man auch mal so benennen. Weil wir waren, ich war ja gar nicht dabei, ich kann ja immer viel hier schwätzen, aber wir waren Anfang der Nullerjahre als Berlin wirklich am Ende. Und das haben andere politisch verursacht. Und da muss man auch die politischen Ursachen eben genau mal so benennen, zu sagen, die haben gedacht, sie machen da einen auf Big Business und damit ist der Laden implodiert und wir hatten auf einmal 40 Milliarden mehr Schulden als vorher. So einfach, um das einmal gesagt zu haben. Deshalb glaube ich, wir können uns auch nicht immer auseinander dividieren. Und natürlich ist das hakelig, in Koalitionsausschüssen dann wieder über den Spiegelstrich zu streiten. Das ist doch aber nicht unser Thema. Unser Thema ist doch, wie kriegen wir es hin, eine linke, gemeinsame, progressive Stadtpolitik zu machen und den Leuten auf dem Mietenmarkt wirklich zu helfen. Zwei Punkte noch ganz kurz. Erstens, weil immer dieses Rahmengesetz hier so wie so ein Elefant im Raum steht. Wir werden natürlich nach dem Rahmengesetz und das muss parallel vorbereitet werden, auch jeweils Umsetzungsgesetze brauchen, weil völlig richtig ist, was Sebastian vorhin gesagt hat, schon nach Wortlaut Grundgesetz kannst du nicht durch Verwaltungsanordnung irgendwas vergesellschaften. Du wirst dafür jeweils ein spezifisches Gesetz brauchen und Gebler weiß, dass er das machen muss. Das muss parallel vorbereitet werden. Ich bin ganz sicher, dass das kommen wird. Und ein letzter Punkt, weil wir uns auch da immer so ein bisschen kleiner machen, als wir eigentlich sind. Natürlich ist DWE eine Graswurzelbewegung und das ist auch gut so, weil damit natürlich andere Leute angesprochen werden, als ich als Politiker ansprechen kann. Trotzdem glaube ich, wir müssen auch die eigene Stärke mal sehen, denn es gibt seit 2021 ein Ergebnis in der Gesamtstadt und das heißt 60 Prozent in Berlin wollen das. Wir sind hier nicht die Outlaws oder irgendwie so. Wir sind hier diejenigen mit 60 Prozent Mehrheit in der Stadt, wenn es darum geht, Wohnraum zu vergesellschaften und vielleicht könnten wir uns das hin und wieder auch gegenseitig mal wieder vorsagen, damit es dann nicht immer so in der Defensive wirkt, weil ich glaube, wir haben eigentlich Besseres verdient. Okay, dann probiere ich noch einen ganz kurz wilden Ritt zu machen, weil noch zwei konkrete Fragen da waren. Also einmal, was du meintest, ich stimme dir an allem zu, du hast es viel besser schon erzählt, als ich es gerade sagen könnte, ich glaube nur noch mal diese eine neue Zahl, die vor ein paar Wochen rauskam. 20 Milliarden Wohngeld sind im nächsten Haushalt im Bundeshaushalt eingeplant und davon ist nicht alles quasi nur jetzt Dividendensteigerung für die Konzerne, aber das ist so die Größenordnung, über die wir sprechen, was wir an Steuergern reinschmeißen jedes Jahr im Bundesetat, um halt diese Mietsteigerung einfach sozial erträglich zu machen für die Mieterinnen und Mieter. Dann war noch eine Frage, was andere Möglichkeiten wären oder sind real. Darauf gibt es zwei Antworten, nämlich einmal haben wir diese Frage sehr konkret, sehr lange gewälzt. Im letzten halben Jahr, seit der Wiederholungswahl, überhaupt in der Überlegung, machen wir das jetzt? Gehen wir noch mal diesen langen Weg? Gibt es nicht auch andere Mittel, die wir politisch wählen können, um den Druck zu erhöhen, um nicht wieder so einen langen Weg von drei, vier, fünf Jahren folgenden Entscheid zu gehen und das naheliegendste, was wir haben in der Stadt, was quasi so wirklich für diese Stadt auch denkbar wäre, was jetzt irgendwie nicht Sachen sind, die wir alle nicht wollen, wäre ein Instrument von einem Mietstreik, also Druck aufzubauen, indem man einfach auch eingreift mit politischen Instrumenten, die wir kennen aus der Geschichte. Das ist aber, das ist total schwierig. Das ist im Bereich, im Mietbereich total schwierig. Wir haben da keine Erfahrungen. Wir haben Erfahrungen mit Massendemos. 2019 hatten wir ja 30.000, 40.000 Leute auf der Straße bei den Mietenwahnsinn-Demos. Wir haben Erfahrungen mit lokalen Kämpfen. Wir haben Erfahrungen mit juristischen Kämpfen von Häusern, die sich gegen ihren Vorkauf wären, etc., etc. Das hatten wir noch nicht, aber das ist so, das ist anders als im Betrieb, weil mit dem Betrieb hast du eine Streikkasse und du kannst direkt eingreifen in den Betrieb und hast direkt das Machtmitte. Wenn du quasi im Mietbereich eine Etage höher ziehen willst und sagen, verdammt, zwei Jahre lassen die uns warten, jetzt zünden wir die nächste Stufe, weil wir richtig sauer sind, dann ist es nicht so einfach, weil wir keine kollektive Absicherung so gut haben, weil dann die einzelnen Mietverträge gekündigt werden können, wenn du aufhörst, Miete zu zahlen. Deswegen ist es im Bereich von Daseinsvorsorge und von Mieten ein ganz schwieriges Feld und deswegen haben wir gesagt, so nee, das ist schwer vorstellbar, da andere, also auf verschiedenen Wegen eine Stufe höher zu geben und zu sagen, so jetzt zeigen wir es denen aber wirklich, dass wir nicht mehr warten und deswegen gehen wir jetzt diesen Zwischenweg zu sagen, wir wählen wieder diesen Weg von direkter Demokratie und bauen nebenbei her wieder die Mietenbewegung weiter aus, so wie wir sie auch kannten 2018, 2019 mit Einzelkämpfen um Häuser in allen möglichen Ecken der Stadt. Genau, das brauchen wir auch wieder, aber das funktioniert, die letzte hatten wir ja, glaube ich, in Pankow, vom Mietenwahrer sindbündnis, da waren wir 800 Leute und das müssen wir wieder ändern und da müssen wir natürlich auch mal verstehen, so ein bisschen, deswegen fängt es auch, wir wissen in der Vorbereitung erst an, dass wir auch die Themen verändert haben, wir haben einfach die Klimakrise mittendrin, quer liegen, auch mittlerweile in Mietenthemen und wir müssen uns darauf einstellen, dass in den nächsten zehn Jahren die Auseinandersetzung um energetische Modernisierungen eines der Top-Themen wird und als Mietenbewegung haben wir da wenig Erfahrung. Wir haben zu Recht, zu Recht, wie zum Beispiel in der Otto-Sursiedlung 2017, 2018, Mieterhöhungen durch energetische Sanierungen weggekämpft. Wir haben so lange gekämpft, bis sie, das Haus nicht saniert wurde oder anders saniert wurde. Das wird schwieriger im Kontext der sich zuspitzenden Klimakrise und das heißt, wir müssen andere Möglichkeiten finden, MieterInnen dabei zu helfen, sich zu wehren und trotzdem, um trotzdem notwendige energetische Sanierungen sozial gerecht durchzuführen und da stehen wir noch sehr am Anfang und da muss es halt reingehen. Sorry, das ist wieder total lang. Und noch eine letzte Frage war ganz kurz, ob man eigentlich im Diskurs sagen kann, wie stark die Mieten sinken, wenn wir vergesellschaften. Davor haben wir uns immer gescheut, das werden wir auch niemals machen, weil eines der größten, eines der größten Kapitale von unserer Bewegung ist, dass die Leute uns vertrauen und dass wir niemals Sachen sagen, die nicht mit höchster Wahrscheinlichkeit eintreffen und richtig sind. Und das hat sich immer bewahrheitet. Und das Problem ist, wir kennen die Bestände nicht. Es sind so viele Schrottimmobilien in diesen Konzernportfolios. Wir wissen nicht, ob da so viel gemacht werden muss, wenn man die übernimmt, dass man nicht sagen kann, pauschal ein Euro weniger. Und deswegen, das Einzige, was wir öffentlich sagen, wozu wir auch stehen, ist, wenn wir vergesellschaften, können wir sagen, ab heute Mietenstopp, fertig, sofort. Das kann man durchrechnen. Aber zu sagen, alle in allen Wohnungen, einen Euro weniger, kann man nicht seriös sagen, machen wir deswegen auch nicht. Auch wenn es so ein starkes Argument wäre. Aber das werden wir niemals machen. Das Beste, was wir davon haben, ist das Blüte von André Holm. Der hat mal durchgerechnet, wie die Mieten aussehen könnten, wenn man sie über fünf Jahre vom jetzigen Mietniveau dieser Konzerne auf die der Landeseigenen absenkt. Aber die sind ja auch teilweise zu hoch. Aber das ist das Einzige, was wir haben, was in eine spannende Richtung gehen könnte. Da kann man mal nachgucken. Und jetzt mein Abschlusswort. Ich finde es auch sehr toll, dass wir noch weiter sprechen und auch, dass wir diese Form von Mischung von politischen und auch juristischen Veranstaltungen machen. Aber Lars, du hast einen Satz gesagt, dass wir auch stärker in den Vordergrund stellen müssen, was uns eint. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir jetzt in der Initiative klar sagen, gerade nicht so viel. Und wir brauchen was von euch wieder nach den letzten Jahren, dass ihr was vorlegt, um wieder diesen gemeinsamen Kampf zu haben. Aber wir wenden uns gerade ab vom Parlament und wir wenden uns gerade ab von den Parteien. Und das ist, glaube ich, richtig. Und das muss jetzt auch so sein. Und ich glaube, wenn ihr als Idee vielleicht nur ein sehr dynamisches Aufbegehren vom linken Flügel habt gegen diese aktuelle Koalition und sagt so, diese Frage ist so dringlich für diese Stadt, dass wir diese Machenschaften der Konzerne beenden und dafür bricht die Koalition und dafür zwingen wir die, unsere Spitze, das zu machen. Und wenn die halt nicht mitmacht, dann muss sie halt auch den Platz räumen. Dann haben wir eine Situation, wo man wieder nebeneinander stehen kann, glaube ich. Aber jetzt stehen wir gerade nicht nebeneinander. Und das muss man auch einfach mal so klar anerkennen nach den letzten Jahren. Denn genau, und das ist jetzt so ein bisschen der Übergang. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, für uns ist es als Bewegung jetzt so, wir sind parteiunabhängig, auch wenn natürlich konkrete Parteien uns unterstützen. Für uns werden diese parlamentarischen Fragen erstmal unwichtiger. Wir werden uns auf das beziehen, was wir am besten können, nämlich MieterIn organisieren und in die Siedlungen reinzugehen und Stimmung zu machen und Bambule zu machen. Und wir werden dieses Gesetz schreiben. Und das kostet auch Geld. Und das wird mein Abschluss sein. Wir sind eine 100% ehrenamtliche Kampagne, machen das alle aktivistisch, ehrenamtlich. Dieses Gesetz wird schweineteuer, weil wir quasi alle mögliche Expertise brauchen von Kanzleien, Juristinnen, Ökonominnen etc. Und wir haben gerade eine große Spendenkampagne. Unsere Kampagne war immer von Graswurzelspenden finanziert. Und es soll auch so weiter sein. Also falls ihr einen Euro übrig habt oder zwei oder fünf, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da unterstützt oder einfach mitmacht. Wir brauchen dieses Geld gerade verstärkt. Wir brauchen auch Honorare für unsere Auftritte. Das war jetzt heute nicht möglich. Deswegen brauchen wir nochmal mehr diese Unterstützung. Ansonsten seid wachsam. Wir werden wieder auch verstärkt über Zeitungen, über Aushänge, über Plakate in der Stadt präsent sein. Oder schreibt uns an, wenn was ist, sowohl zu konkreten Anliegen als auch zu anderen Sachen. Und dann, glaube ich, sehen wir uns auf der Straße, in den Siedlungen oder vorm Parlament. So werden wir es machen. Und der Verein der Berliner Abgeordnetenhausfraktion von den Linken geht da auch mit gutem Beispiel voran. Wir haben in der Vergangenheit schon unsere Diätenerhöhungen, die wir da einzahlen, verwendet, um auch eine große Spende an DWE in der Vergangenheit zu leisten. Und wir sind auch jetzt gerade davor, unsere große Jahresspende an euch zur Deckung der finanziellen, juristischen und anderweitigen Expertisen sozusagen auch dann entsprechend mit mitzutragen. Und das tun wir und darüber berichten wir auch immer regelmäßig. Ja, vielen Dank an euch. Für Kämpfe braucht man Energie. Lars, bei dir in deinem, bei dir in deinem Laden vor allen Dingen, bei dir auf der Straße und in der Initiative. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr alle da wart. Und bis zum nächsten Mal. Wir werden sicherlich im Gespräch bleiben und das Thema wird uns garantiert mindestens bis 2026 und darüber hinaus beschäftigen. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.